Die sind in lila, die müsst ihr auch nicht können. Sie sind aus reinem Interesse drinnen, dass ihr es vielleicht mal gehört habt. Nur als Erinnerung, bitte nichts im Hörsaal liegen lassen, alles selber entsorgen, wir bedanken uns herzlich dafür. Wir machen heute die Antibiotika, Antimikotika werden wir morgen machen und auch einen Teil der Antibiotika, weil für heute Abend ist das wahrscheinlich einfach viel zu viel Stoff. Wenn ich euch zu schnell rede, sagt es mir einfach. Falls ich irgendwie englische Begriffe reinmische, dann entschuldige ich mich dafür, dass ich die deutsche Sprache verunstalte. Ich war gerade im Ausland und ich versuche gerade wieder reinzukommen ins Deutsche. Also der Aufbau des heutigen Abends ist wie in den ursprünglichen YouTube-Videos zuerst einmal Aufbau und Angriffspunkte. Danach würden wir über die wichtigsten Keime und die Infektionen reden und dann gehen wir zu den Medikamentengruppen und Tuberkulose-Medikamente und Antimikotika steht dann für morgen auf dem Plan. Was sehen wir hier? Ja, warum sind sie unterschiedlich gefärbt? Welche sind dünkler? Warum? Ja, sprich. Und warum wird das bei den Gramm-Nehmer negativ nicht so stark aufgenommen ins Morin? Ja? Sehr gut. Und es gibt noch einen zweiten Grund. Wer weiß den zweiten Grund? Ja, die erste Reihe sind meine kleinen Streber hier. Ich habe sie gern. Also, es müssen natürlich auch die anderen reden, hoffe ich. Ja, also, der große Unterschied zwischen der Anfärbung besteht aus zwei Gründen. Also, zum einen haben die Gramm-Positiven eine viel dickere Morin-Schicht. Wir sehen das dann im nächsten Bild. Und zum anderen haben die Gramm-Nehmer negativ noch eine äußere Zellmembran. Also, das schaut so aus, der Bakterienaufbau. Innen haben sie eine Plasmamembran, so wie die menschlichen Zellen auch. Eine Station weiter draußen haben sie die Zellwand, das ist diese Morin-Schicht. Das ist eine Wand, die den Bakterien Festigkeit verleiht und ihre Form. Also, wenn wir sagen, das ist ein Stäbchen, dann schaut das Stäbchen förmig aus, weil die Morin-Schicht diesem Bakterium die Form eines Stäbchens gibt. Das hier ist die Morin-Schicht von einem Gramm-Positiven Bakterium und das hier ist die Morin-Schicht von einem Gramm-Negativen. Und wir sehen hier gleich, die vom Gramm-Positiven ist viel dicker, wie die Kollegin gesagt hat, 40 Mal dicker, und die vom Gramm-Negativen ist viel dünner. Der zweite Unterschied besteht darin, dass die Gramm-Negativen hier außen noch eine zweite Membran haben. Also, die haben sowohl eine Plasmamembran hier innen, als auch eine Plasmamembran hier draußen. Und deswegen werden sie weniger stark angefärbt und sind in der Gramm-Färbung viel heller. Und die Gramm-Positiven, die saugen sich sozusagen mit diesem Gensianer-Violett, wie der Farbstoff heißt, voll und schauen deswegen Purpurfarben aus. Wenn wir jetzt wieder nach innen zurückgehen, zu dieser Plasmamembran hier, dann habe ich zwar gesagt, dass die eine Plasmamembran ist, so wie wir sie haben in unserem Körper, aber es besteht noch ein weiterer Unterschied zwischen den Bakterienzellen und unseren Zellen. Die Bakterienzellen, die betreiben nämlich, so wie unsere Mitochondrien, oxidative Phosphorylierung und gewinnen so ATP, also Energie. Und das passiert hier über die innere Plasmamembran. Unsere Mitochondrien waren ja ursprünglich evolutionär gesehen mal Gramm-negative Bakterien. Das heißt, bei den Mitochondrien in unserem Körper ist die oxidative Phosphorylierung ja auch über der inneren Mitochondrien-Membran. Und so ist es hier bei den Bakterien auch über der inneren Plasmamembran. Das heißt, wir erzeugen hier einen Gradienten über dieser Membran. Von welchen Ionen? H-Plus-Ionen, genau. Das heißt, während der oxidativen Phosphorylierung werden hier H-Plus-Ionen drüber gepumpt. Weiß jemand, welches Antibiotikum diesen Fakt ausnützt? Aminoglykoside, genau. Das werden wir nachher durchgehen. Aber wir merken uns das mal im Hinterkopf. Dieser H-Plus-Transport ist ganz wichtig für die Wirkung der Aminoglykoside. Wenn wir hier keinen H-Plus-Transport haben, dann wirken die nicht. Okay? Also, innere Plasmamembran, H-Plus-Transport, ATP-Generation, Mitochondrien. Dann haben wir hier, wenn wir eins weiter nach draußen gehen, haben wir den periplasmatischen Raum. In diesem periplasmatischen Raum schwimmen jetzt Enzyme herum. Unter anderem schwimmen hier Beta-Lactamasen. Beta-Lactamasen sind deswegen für uns wichtig, weil sie eine Resistenz gegen Beta-Lactame hervorrufen. Beta-Lactame sind Antibiotika, die wir verwenden. Da gehören die Penicilline dazu, die Cephalosporine, die Carvapineme und das Acetreonam. Und die können inaktiviert werden durch Beta-Lactamasen. Also, die Beta-Lactame werden durch Beta-Lactamasen inaktiviert. Bei den Gramm-negativen Bakterien sind die hier im periplasmatischen Raum. Bei den Gramm-positiven Bakterien sind sie außen. Das können wir uns auch merken. Also, in Gramm-positiven Bakterien sind die Beta-Lactamasen nicht an das eine Bakterium gebunden, sondern die anderen Bakterien profitieren sozusagen davon, wenn ein Bakterium Beta-Lactamasen produziert. Das ist sozusagen ein Inokulum-Effekt. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt hier unseren Bakterienstamm und der sitzt im Körper herum und 30% von diesen Bakterien exprimieren dieses Enzym, dann sind nicht nur diese 30% geschützt, sondern der Rest auch, weil es ihnen nach außen abgegeben wird, dieses Enzym. Wenn wir jetzt hier die Morin-Schicht anschauen, die wir vorher erwähnt haben, Gramm-positive haben eine dickere, Gramm-negative eine dünnere, dann gibt es Enzyme, die Morin-Synthetasen, die produzieren dieses Morin. Okay? Das sind Enzyme, die sitzen hier drinnen und die produzieren Morin. Dieses Morin wird quervernetzt und bildet dann sozusagen ein stabiles Netz um unser Bakterium herum, damit das Bakterium seine Stabilität und seine Festigkeit behalten kann und überlebt. Diese Morin-Synthetase, die ist hier Penicillin-bindendes Protein genannt. Wieso heißt das Penicillin-bindendes Protein? Weil das Penicillin seine Wirkung dadurch ausübt, dass es dieses Enzym hemmt. Was passiert jetzt, wenn wir unsere Morin-Synthese hemmen? Was passiert mit unserem Bakterium? Und was passiert dann? Genau, das Bakterium stirbt. Also wenn das Bakterium hier seine Morin-Schicht nicht mehr hat, dann zerreißt es das praktisch von innen. Okay? Bakterium stirbt. Das heißt, wir können uns gleich schon mal was merken. Die Antibiotika, die am Penicillin-bindenden Protein ansetzen, das heißt, die Beta-Lactame und das Penicillin gehört dazu, die wirken Bakterizid auf die Bakterien. Alle Antibiotika, die die Morin-Synthese hemmen, wirken Bakterizid, weil das Morin einfach absolut notwendig dafür ist, dass das Bakterium überlebensfähig ist. Das heißt, wir können uns für die gesamte Klasse der Morin-Synthese-Hemmer, merken, sie sind Bakterizid. Okay, jetzt sitzen wir immer noch in der zweiten Schicht. Was hat es mit der äußeren Schicht auf sich? Die äußere Schicht ist ein bisschen anders als die innere. Wir haben hier nämlich eine asymmetrische Membran. Und hier außen sitzt das Lipid A und das O-Polysaccharid und zusammen ergeben die das Lipopolysaccharid. Weiß jemand, wieso das Lipopolysaccharid für uns wichtig ist? Genau. Es gibt auch noch eine weitere Funktion von diesem LPS, weil hier ganz außen sitzt das Antigen. Das Antigen, was dann von unserem Körper eine Antwort hervorruft, die Antikörper erzeugt. Also das LPS ist nicht nur wichtig dafür, dass es ein Toxin ist, wenn das Bakterium stirbt, sondern auch deswegen, weil es die Antikörperantwort im Körper hervorruft. Okay? Also hier außen sitzen die Antigene. Und das Innere, dieses Lipid A, das ist das, was dann eigentlich die toxische Wirkung im Körper produziert. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die Meningokokkensepsis. Bei der Meningokokkensepsis kommt es zu einer massiven Freisetzung von diesem LPS aus dem Meningokokken und die führt dann zu einer disseminierten intraversalen Koagulation. Und weiß jemand, was das ist, eine DIC? Wir gehen es nachher eh nochmal durch. Okay, also es kommt zu... Genau. Okay. Also es ist bei der disseminierten intraversalen Gerinnung so, dass es zuerst zu einer starken Trombenbildung kommt, durch den Entzündungsprozess. Durch die Trombenbildung werden die Gerinnungsfaktoren aufgebraucht. Und es kommt zu einer Blutungsneigung. Also es ist ein bisschen paradox, dass es zuerst zu Trombenbildung kommt, vermehrt, und danach zu einer vermehrten Blutung. Also die Leute bekommen sowohl Tromben im ganzen Körper als auch große flächige Hautnekrosen und Gehirnblutungen. Okay? Das passiert bei der Meningokokkensepsis. Das hat eine sehr hohe Letalität. Wir besprechen es dann nachher auch nochmal durch bei den klinischen Krankheitsbildern. Also dafür ist dieses LPS wichtig. Das LPS hat sonst auch noch eine Wirkung, nämlich auf die Fieberreaktion. Fieberreaktion machen wir dann am Samstag genauer. Aber das LPS führt unter anderem dazu, dass wenn es erkannt wird von unseren Entzündungszellen, dass die dann inflammatorische Moleküle freisetzen. Also zum Beispiel das IL-1, das IL-6 und das TNF-Alpha. Und die führen dann wiederum dazu, dass die Prostaglandin-Synthese im Gehirn rauf geht. Und dadurch kommt es dann dazu, dass das Fieber produziert wird im Körper. Okay? Also dass das Sollwert in die Höhe gestellt wird. Also LPS sind sowohl wichtig für die Sepsis-Entstehung, als auch für die Entzündungsmediatoren, als auch für die Fieberreaktion. Hier haben wir unsere nette Tabelle, weil viele ja gesagt haben, sie finden das relativ schwierig, sich zu merken, welche jetzt Gramm-Positiv sind und welche Gramm-Negativ. Hier haben wir es aufgelistet, die Gramm-Positiven und die Gramm-Negativen. Und dann noch einmal eingeteilt in die Kocken und in die Stäbchen. Und hier haben wir dann auch noch die Anaerobia. Wenn wir anfangen einmal mit den Gramm-Positiven, dann haben wir hier die Staphylokokken. Es gibt drei Staphylokokken, die wir kennen sollten. Wer kann mir einen sagen? Aureus. Was macht der Staphylokokos Aureus gerne? Hm? Sinusitis otitis media? Hm, eher nicht. Kann es, aber muss es nicht unbedingt. Nein? Nein? Nein, kann es auch machen, aber eher bei Krankenhauspatienten. Also Staphylokokos, irgendwelche anderen Ideen. Was macht Staphylokokos Aureus? Ja. Ja, einen Abszess macht Staphylokokos Aureus gerne. Staphylokokos Aureus ist der Coagulase-positive Staphylokokos. Was diese Coagulase macht, ist, sie produziert Fibrin. Und Fibrin erzeugt uns diese Abszesshöhlen. Das heißt, bei Staphylokokos Aureus bekommen wir einen Abszess. Da kann sich das gut merken, Aureus produziert Abszesse. Ist das jetzt das Einzige? Fallt dir noch was ein? Sehr gut. Osteomyelitis macht es auch? Macht es auch, ja. Okay. Sepsis macht er auch sehr gerne. In 30% der Sepsis-Fälle ist ein Staphylokokos Aureus unser Keim. Okay? Also Abszesse, Sepsis, Schandinfektionen, Osteomyelitis und Endokarditis macht der Staphylokokos Aureus auch. Okay? Also ein Gewächs praktisch auf den Herzklappen. Welchen anderen Staphylokokos sollte man kennen? Hm? Das ist ein Streptokokos. Ja. Ja, Hannimundsystitis, Staphylokokos saprophyticus, macht die Hannimundsystitis. Wieso nennen wir das Hannimundsystitis? Ja, muss nicht im Hannimund sein. Aber HBI wird beim Geschlechtsverkehr übertragen, deswegen nennt man es Hannimundsystitis. Einen einzigen Staphylokokos hätte ich noch gerne von euch. Fast. Knapp. Vielleicht mal eine andere Reihe. Ich sollte nicht in meine erste Reihe gehen. Zweite Reihe. Einen Staphylokokos für mich, bitte. Er sitzt auf der Haut. Ja, Epidermitis, genau. Was ist denn beim Staphylokokos? Epidermitis wichtig. Wann wird der für uns gefährlich, wenn er auf der Haut sitzt? Ich meine, er kann nicht so gefährlich sein, oder? Hm? Wunden unter anderem, aber es gibt noch etwas anderes. Was? Hm? Katheter, genau. Wieso macht er so gerne Infektionen durch Katheter? Gibt es da irgendeinen Grund dafür? Genau, er produziert den Biofilm. Das heißt, er fühlt sich wahnsinnig wohl auf solchen Plastikoberflächen und bildet dann so einen Biofilm. Und das kann natürlich dann auch zu einer systemischen Infektion führen. Also der macht uns auch sehr gerne eine Sepsis und auch eine Schantinfektion. Weil ein Schant ist ja auch ein künstlicher Gegenstand, der im Körper drinnen sitzt. Okay? Wenn wir jetzt weitergehen zu den Streptokokken, dann können wir die Streptokokken einteilen. Wie können wir die Streptokokken einteilen? Welche Reihe ist dran? Ja. Genau. Was heißt das? Ja. Genau, also es ist im Großen und Ganzen ist das richtig. Also das Hämolyseverhalten heißt, was macht unser Keim mit Blut? Wie testen wir das jetzt? Wir nehmen unsere kleine Platte. Da ist ein Blut-Ager drauf. Der besteht aus Blut, dieser Film. Wir setzen unseren Keim drauf und dann warten wir eine Weile und dann schauen wir, was macht unser Keim mit dem Blut? Und wenn der jetzt Alpha-Hämolyserend ist, dann wird so ein kleiner grüner Hof entstehen, unsere Keime. Wenn er Beta-Hämolyserend ist, dann wird das Blut rundherum durchscheinend. Das heißt, es ist eine komplette Hämolyse. Okay? Die Beta-Hämolyse ist der Streptokokkus Pyogenes. Der ist Beta-Hämolyserend. Das heißt, der erzeugt nur seinen durchscheinenden Hof. Alpha-Hämolyserend und der Streptokokkus Agerlaktie, der ist auch Beta-Hämolyserend. Alpha-Hämolyserend sind dann die Pneumokokken und die Viridans-Streptokokken. Der allerwichtigste Streptokokkus für uns ist der Streptokokkus Pyogenes. Wieso ist der für uns so wichtig? Anginatonsillaris. Genau. Also ich habe mich gestern ein bisschen krank gefühlt und hatte Schluckbeschwerden, Halsweh. Bisschen anginös. Denkst du, ich hatte einen Streptokokkus gestern? Ja, zu 20 bis 30 Prozent. Wahrscheinlich, nein, eher nicht. Wir machen das nachher noch einmal, welche Kriterien wir da nehmen können, aber die meisten Leute, die eine Angina haben, haben keine Bakterien. Es ist in den meisten Fällen viral. Okay? Bitte teilen mit uns, was du am Ende sagst. Nein, ich will auch lachen. Es ist meistens nicht mehr so lustig, wenn man es nochmal sagen muss, aber es ist okay. Es passt schon. Also, Streptokokkus Pyogenes macht die Angina tonsillaris. Kann der auch noch andere Dinge machen? Irgendwas anderes? Ja, Sinusitis kann er auch machen. Ist jetzt auch nicht unser Hauptschalach. Genau. Streptokokkus Pyogenes macht auch den Schalach. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen denen, die Angina tonsillaris machen und die, die Schalach machen? Ja. Was könnten sie abgeben? Ja, sie geben ein Toxin ab. Also, es gibt toxinproduzierende Streptokokkus Pyogenes, Stämme, die produzieren ein Rytogenes Toxin. Was heißt das? Es schädigt unsere Kapillaren. Und durch diese Kapillarschädigung kommt es dann zum Schalach. Das heißt, der Schalach ist eine eher systemisch wirkende Infektion. Es kommt sowohl zur Tonsillenschwellung, so wie bei der Angina tonsillaris, also mit diesen Stippchen, die sich entwickeln auf den Tonsillen. Es kommt aber auch zu einem Hautausschlag, es kommt zu hohem Fieber, es kommt zu Übelkeit. Auch das Gesicht verfärbt sich, das heißt, nennt man dann Facescalatinosa. Das ist ein ganz typisches Krankheitszeichen, die haben ein rotes Gesicht und um den Mund herum ist es weiß. Und sie bekommen so eine Erdbeer- und Himbeerzunge. Das heißt, die Zunge wird ganz rot, am Anfang hat sie weiße Pünktchen, am Schluss hat sie dann keine weiße Pünktchen mehr. Erdbeer-versus-Himbeerzunge. Okay? Es gibt dann auch noch Folgeerkrankungen von der Streptococcus pyogenes-Infektion, das ist die Glomerulonephritis und das rheumatische Fieber. Das machen wir dann ein bisschen genauer, wenn wir zu den Infektionen kommen. Also, Streptococcus pyogenes war welches Hemolyseverhalten? Nochmal zur Wiederholung. Beta. Genau, Beta-Hemolysierende. Zu den Beta-Hemolysierenden gehört dann auch das Streptococcus agalactie. Der hat einen sehr eigenartigen Namen, hat nichts mit der Galaxis zu tun. Der macht eine ganz spezielle Infektion. Welcher ist das? Genau. Neugeborene-Meningitis. Wieso kommt es gerade bei den Neugeborenen dazu? Weißt du das? Ja, sehr gut. Ja. Ja. So ist es. Das heißt, was würdest du machen, um diese Infektion zu vermeiden? Ja, also, die Kollegin der ersten Reihe ist ein bisschen radikal, die macht gleich den Kaiserschnitt. Ja, das ist, okay, es ist in Ordnung, wenn die Mutter das will. Ja. Genau, also, es ist so, wenn wir, weil wir das wissen, machen wir ein Screening bei Schwangeren. Wir testen sie auf den Streptococcus agalactie. Wir nennen das Gruppe B Streptococcus. Man kann nämlich die Beta-Hemolysierenden noch weiter unterteilen. Das ist für euch wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu komplex, aber das nennt man die Lensfield-Klassifikation. Und dann gibt es dann die A Streptococcus und die B Streptococcus bei den Beta-Hemolysierenden. Und die A-Galactie gehören zu den Gruppe B Streptococcus. Das heißt, wir testen auf B Streptococcus bei den Schwangeren. Und bis zu 40% aller Schwangeren haben Gruppe B Streptococcus. Okay? Man kann das ganz einfach dann behandeln. Man kann entweder vorbehandeln mit Antibiotika oder man gibt während der Geburt eine Infusion. Und das verhindert dann die Infektion des Neugeborenen. Okay? Also Neugeborenen Meningitis und Neugeborenen Sepsis kann es auch machen. Vielleicht wirst du ja Gynäkologin und machst dann ständig Kaiserschnitt. Okay. Ich mache jetzt keinen Zahnarztwitz. Aber okay. Gut. Ich meine ja nur. Ja. Okay. Wenn wir jetzt zu den Alpha-Hemolysierenden weitergehen. Alpha-Hemolysierende waren die, die diesen vergrünenden Kof machen. Dann haben wir da die Viridans-Streptococcus. Viridans heißen sie eben deswegen, weil sie ein vergrünendes Treptococcus sind. Also oftmals sind diese Namen ja logisch. Und was machen unsere Viridans-Treptococcus? Du musst das jetzt beantworten, Zahnärztin. Okay. Die Zahnärztin hat nicht zugehört. Also die Viridans-Treptococcus sitzen auf unseren Zähnen. Ja, und sie machen Karies. Also eigentlich sind die relativ harmlos. Ich meine, Karies ist nicht schön, muss man bohren, aber an sich harmlos. Was passiert jetzt aber, wenn diese Viridans-Treptococcus in unsere Blutbahn gelangen? Dann können sie eine Sepsis machen oder ja, ich darf mich gerne unterbrechen, ich mag das gerne. Oder sie machen auch eine Endokarditis. Korrekt. Genau. Ja. Hat das jeder mitbekommen, was die Kollegin gesagt hat? Nein. Okay. Also ab jetzt werde ich alles wiederholen, was gesagt wird von den Leuten. Also, bei den zahnärztlichen Eingriffen, wo man Bormus und eventuell die Viridans-Treptococcus von den Zähnen in die Blutbahn bekommt, macht man eine antibiotische Prophylaxe. Da gibt man Klindamycin. Weiß jemand schon, was Klindamycin für ein Mittel ist? Hm? Ja, und was macht das? Wie wirkt das? Ja, 50S. 50S ist was? Ribosom. Sehr gut. Wirkt das Bakterizid oder Bakteriostatisch? Statisch. Wirkt Bakteriostatisch. Welche wirken immer Bakterizid? Was haben wir vorher gesagt? Genau. Penicillin, Beta-Lactame. Warum? Morienschicht. Ja. Ich bin leider nicht fair, der das am schnellsten sagt, ist der Gewinner. Okay. Also, nochmal zum Wiederholen. Streptococcus piogenes, Angina tonsillaris, Scharlach, macht auch das Erysipel, also eine Hautinfektion. Dann der A-Galactie macht eine neugeborene Meningitis, deswegen screenen wir und behandeln die Frauen dann während der Geburt. Der Viridans macht eine Endokarditis, wenn er ins Blut gelangt, normalerweise macht er Karies. Was wir jetzt bei den Streptococcus noch ausstehend haben, sind die Pneumococcus. Die gehören auch zu den Alpha-Hemolysierenden. Man nennt die auch die Diplococcus, weil sie immer in so zwei Jahren zusammensitzen, wenn man sie anschaut auf dem Stengen. Was machen die Pneumococcus? Ja, Lungenentzündung. Genau. Was machen sie noch? Eher selten. Was würdest du eher bei einem Hamwegsinfekt denken? Genau, E. coli ist so unser typischer HWI-Erreger in 75% der Fälle. Was die Pneumococcus noch sehr gerne machen, ist die Meningitis. Okay? Also ist einer unserer Haupt-Meningitis-Erreger. Vor allem bei Erwachsenen. Bei Kindern ist eher Neisseria Meningitis. Den haben wir hier drüben. Das ist ein Gramm negativer, aber auch ein Kokus. Und Listerien können auch eine Meningitis machen. Keine Angst, wenn ihr das nicht aufgeschrieben habt, es kommt nachher alles noch einmal. Ich muss noch mal auf die Zeit schauen, weil wahrscheinlich verbringen wir die erste Stunde mit Krankheiten. Gut. Dann haben wir noch die Enterokokken. Was machen die Enterokokken? Können sie auch machen? Ja. Ja. Ich gebe auch eher weniger. Das machen eher die Anaerobier. Also Enterokokken machen auch gerne die Endokarditis. Merkt man sich auch mit dem EE. Endokarditis-Erreger sind ja mal die Staphylococken, Staphylococcus aureus, der Epidermidis, haben wir gesagt, die Viridans-Treptococken, und dann auch die Enterokokken. Die Enterokokken sind für uns jetzt Problemkeime. Es gibt zwei. Es gibt den Fäkalis und es gibt den Fäzium. Und es gibt jetzt bei manchen Antibiotika den Unterschied, dass sie zwar beim Fäkalis wirken, aber beim Fäzium nicht. Das ist zum Beispiel die Aminopenicilline, die wirken gut beim Fäkalis, in den meisten Fällen, beim Fäzium überhaupt nicht. Kabupeneme, genau das Gleiche. Fäkalis, ja. Fäzium, komplett resistent. Das einzige Medikament, das wir haben, was genau umgekehrt ist, das ist das Quinopristin, Dalfopristin, auch als Synazid bekannt. Das wirkt beim Fäzium gut, beim Fäkalis ist es komplett unwirksam. Kommt alles nachher nochmal. Wenn wir jetzt weitergehen zu den Korinibakterien, die sind für uns heutzutage nicht mehr so wirklich relevant. Was würden Korinibakterien denn machen? Diphtherie, genau. Und welcher Patient ist früher an Diphtherie erkrankt? Kinder. Weiß jemand von meinen Videos noch, wie man das früher nannte? Ja, den Würgeengel der Kinder. Weil die ganzen Kinder sind an Diphtherie erkrankt, es haben sich Pseudomembranen gebildet bei ihnen und sind erstickt. Heutzutage haben wir das nicht mehr, weil wir eine Impfung haben gegen Diphtherie. Die Nokardien. Die Nokardien sind für uns nicht so relevant. Ich habe sie nur trotzdem aufgeschrieben, weil man es schon ab und zu hört. Nokardien sind für Patienten relevant, die immunsupprimiert sind. Also HIV-Patienten, Patienten unter Chemotherapie, Patienten nach einem Organtransplantat, die können eventuell an Nokardien erkranken. Das kann dann sowohl systemisch als auch lokal auf der Haut sein. Ist für uns aber jetzt nicht so der Keim, den wir können müssen. Wichtig sind für uns eher Staphylococcus, Streptococcus. Die Listerien. Was machen die Listerien? Ja. Wem sagt man, wenn sie so ein bestimmtes Lebensmittel vermeiden? Schwangere. Warum? Was passiert, wenn eine Schwangere an Listerien erkrankt? Ist das für Sie schlimm oder ist das für das Kind schlimm? Ja, das Kind wird infiziert. Also, die Listerien können, wenn eine Schwangere sich mit Listerien infiziert, das Kind befallen. Das erzeugt dann eine Erkrankung, die heißt Granulomatosis Infantiseptica. Da steckt schon drinnen, dass das eigentlich sehr, sehr schwerwiegend das Krankheitsbild ist. Es ist eine Sepsis des Neugeborenen, bei dem sich Granulome bilden, Abszesse in verschiedenen Organsystemen. Das heißt, das Kind wird dann meistens kurz nach der Geburt sterben oder es ist schon eine Todgeburt. Es kommt zu einem Abort. Deswegen sollte man es vermeiden, während der Schwangerschaft rohe Milchfleischprodukte zu essen, weil die oft mit Listerien befallen sind. Es kann auch zur Infektion eines Neugeborenen kommen. Das führt dann auch zu einer Meningitis, so wie die Pneumokokken oder die Meningokokken können auch die Listerien zu einer Meningitis führen. Nicht nur beim Neugeborenen, sondern auch bei Immunsupprimierten. So wie die Nokadien gerne die Immunsupprimierten Leute befallen, so befallen auch die Listerien gerne Leute, bei denen das Immunsystem ein bisschen komprimiert ist. Das betrifft auch Ältere, weil im Alter geht auch unser Immunsystem runter. Das heißt, Leute, aber im bestimmten Alter, man sagt so ab 60 Jahren, ist auch die Listerien-Meningitis bei gesunden Menschen wieder am Aufsteigen. 22% der Meningitiden im Alter über 60 sind Listerien-Meningitis. Und das ist für uns deswegen wichtig, weil wir dann auch andere Antibiotika geben müssen. Das sind jetzt alles Sachen, die ihr vielleicht nicht im Seminar wissen müsst, die aber für die Praxis in der Klinik durchaus relevant sind. Und vielleicht ist es dann auch einfacher, sich die Sachen zu merken, wenn man sich merken kann, okay, wenn ich jetzt jemanden habe, der ist schon älter, es könnte eine Listerien-Meningitis sein. Dann wisst ihr, okay, dann nehme ich das Antibiotikum, nicht das Antibiotikum. Gardnerella. Gardnerella hat auch was mit der Frau zu tun. Gardnerella macht nämlich eine vaginale Entzündung. Das ist bei der bakteriellen Vaginose beteiligt. Deswegen heißt der Kiam auch Gardnerella vaginalis. Ist für uns jetzt nicht so wichtig. Die bakterielle Vaginose ist nur dann wichtig, bei Frauen, die schwanger sind wieder mal. Ich werde übrigens nicht Gynäkologin. Es kommt nur bei diesen Keimen sehr oft vor. Weil die Frauen, die schwanger sind und die bakterielle Vaginose haben, die haben ein höheres Risiko, eine Frühgeburt zu bekommen. Weil natürlich diese Bakterien zu einem eher entzündlichen Milieu führen und das führt dann eher dazu, dass es zu einer Frühgeburt kommt. Weil das ist für das Kind ja nicht gut. Der Körper weiß, das ist nicht gut. Das heißt, raus damit. So schnell wie möglich. Wenn wir zu den Anaerobien gehen, dann haben wir den Actinomyces. Der ist auch eher für die Zahnärzte wichtig. Der macht nämlich Abszesse im Mundraum. Die Clostridien wiederum. Da gibt es drei, beziehungsweise vier, die wir kennen sollten. Wer kann mir ein Clostridium sagen? Ja, was macht die Vizele? Abkürzung steht für? Ja, Clostridium die Vizele, wenn das überwuchert im Darm, macht es uns schweren Durchfall. Das kann dann bis zur Darmnekrose gehen. Wann kommt es dazu, dass Clostridium die Vizele anfängt zu wuchern? Wenn alle anderen Bakterien tot sind. Und wann passiert das? Wenn wir ein Beitsprengt im Antibiotikum schlucken. Das heißt, diese Clostridium die Vizele assoziierte Diarrhoe kommt oft bei Leuten vor, die ein Medikament schlucken, was die restlichen Darmbakterien abtötet. Zum Beispiel E. coli haben wir im Darm, Bacteroides haben wir im Darm. Und wenn die totgeschossen sind, dann freut sich Clostridium die Vizele, fängt an zu wachsen, setzt seine Toxine frei, es kommt zur Zerstörung der Darmepithelzellen und zu Diarrhoe. Und im schlimmsten Fall eben zu dieser Nekrose des Darms, das dann auch tödlich enden kann. Machen wir nachher auch noch. Also das sollte man auf jeden Fall kennen. Dann gibt es noch zwei weitere. Es gibt den Tetani und es gibt den Botulinum. Das kennen wir. Botulinum kennen wir daher vom Botulinum Toxin. Das kommt aus Clostridium. Also aus Clostridium die Botulinum. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja. Können wir das auch therapeutisch einsetzen? Ich meine, exklusive plastische Chirurgen natürlich. Können wir Botulinum Toxin bei irgendwelchen Krankungen verwenden? Kopfschmerzen aufgrund von was? Zum Beispiel, ja. Genau. Es gibt dann auch eine Erkrankung, die heißt so schön Plepharospasmus. Das ist einfach nur ein gescheites Wort für einen Augenmuskelkrampf. Und das sind Leute, bei denen die Augenmuskeln anfangen zu krampfen. Da kann man Botulinum Toxin injizieren in den Muskeln. Dadurch wird der Muskel ein bisschen gelähmt und ist weniger spastisch. Oder auch bei Leuten, die einen Writers Cramp haben. Also praktisch einen Krampf, wenn sie anfangen zu schreiben. Da kann man auch Botulinum Toxin injizieren. Bei Leuten, die gelähmt sind und eine Spastik entwickeln, kann man auch Botulinum Toxin injizieren. Weil Botulinum Toxin hat die Wirkung, dass es zu einer weniger hohen Freisetzung von Acetylcholin kommt. Und deswegen ist dann die Muskelkontraktion nicht mehr so stark. Also das kann bei Patienten durchaus aus nicht-ästhetischen Gründen eine gute Behandlung darstellen. Wird auch im Krankenhaus in bestimmten Stationen recht oft verwendet. Die Tetani, wiederum, die haben eine genau entgegengesetzte Wirkung. Die erhöhen die Krampfbereitschaft der Muskeln. Wieso machen sie das? Auch, weil sie eine Freisetzung hemmen und zwar von GABA und von Glytzen im Rückenmark. Die Leute bekommen dann Krämpfe der Muskulatur und im schlimmsten Fall Krämpfe der Atemmuskulatur und ersticken dann. Deswegen impfen wir auch gegen Tetanus. Weil diese Sporen vom Clostridium Tetani, die sitzen in der Erde. Wenn man sich verletzt und in die Haut bekommt, dann kommt es zu diesem Wunschdarkampf. Die Propionibakterien, die sind wie eher harmlos, die machen die Akne. Der Lactobacillus, Lactobacillus ist gut. Das sind diese Dödelin-Bakterien, die in der Vaginalflora sitzen und praktisch das Wachstum von Gardnerella etc. verhindern. Das waren eigentlich die wichtigsten Gramm-Positiven. Wenn wir zu den Gramm-Negativen rüber schwanken, dann haben wir als Ersten den Alceria gonorrhoe. Da muss man eigentlich jetzt nicht viel dazu sagen. Da steckt schon der Klankhund drinnen im Namen. Der macht die Gonorrhoe. Naceria meningitidis macht die Meningitis. Was macht Moraxella catarralis? Bisschen weiter oben. Sinusitis, Otitis media macht Moraxella catarralis. Tonsitin eher weniger. Haemophilus. Da gibt es den Haemophilus influenzae. Man dachte früher, das ist der Erreger der Influenza. Heute wissen wir, das ist viral übertragen. Aber wir können uns so merken, Haemophilus macht zum Beispiel die Pneumonie, macht die Otitis media, macht die Sinusitis. Hat auch früher bei Kindern Meningitis gemacht, aber heutzutage impfen wir dagegen. Deswegen ist das eher am Rückgehen. Dann haben wir hier die große Gruppe der Enterobakterien. Die Kollegin hat schon gesagt, E. coli macht sehr oft den Harnwegsinfekt. In 75% der Fälle ist E. coli daran schuld. Andere Vertreter sind dann noch die Klebsiellen. Klebsiellen sind für uns ein Problemkeim, weil sie sehr oft Enzyme exprimieren, die sie resistent machen. Dann haben wir noch den Proteus. Der macht auch oft Harnwegsinfekte. Dann haben wir die Salmonellen. Was machen denn die Salmonellen? Diffus, genau. Also auch bei uns weniger relevant. Serratia ist für uns auch nicht so relevant. Enterobakter auch weniger. Was für uns wichtig ist, ist Pseudomonas. Was zeichnet den Pseudomonas aus? Warum ist der für uns wichtig? Wachsschicht eher weniger. Was hat denn eine Wachsschicht? Ja. Genau, bei beatmeten Patienten unter anderem ist Pseudomonas ein Problemkeim. Gibt es auch noch eine andere Patientengruppe, bei der Pseudomonas eher problematisch ist? Weiß jemand welcher? So heißt er. Mukubizidose-Patienten kriegen oft Pseudomonas. Also die Kinder mit zystischer Fibrose, die den Schleim nicht richtig abatmen können, die bekommen auch oft eine Pseudomonas-Infektion. Wenn sie die Lungenfunktion beeinträchtigen. Also nicht jede genetische Erkrankung wird eher dazu führen, dass du Pseudomonas bekommst. Das hat mehr damit zu tun, dass Pseudomonas eben gerne in der Lunge wächst, wenn es jetzt zum Beispiel ein beatmetter Patient ist, wenn es ein Patient ist, der den Schleim nicht richtig abhusten kann, wenn es ein Patient ist, der eh schon im Krankenhaus liegt und vielleicht die Lungenfunktion beeinträchtigt ist. Also Pseudomonas ist für uns ein Problemkeim im Krankenhaus. Leute außerhalb des Krankenhauses kriegen eigentlich keine Pseudomonas-Pneumonie. Das passiert Leuten, die im Krankenhaus sind. Das heißt, es ist eine nosokomiale Infektion. Und Bacteroides kann zwar Infektionen im Bauchraum machen, ist ein Gramm negativer Anaerobia, ist für uns aber eher nützlich. Bei Bacteroides gehört zu den Keimen, die unseren Clostridium bifizelae in Schach halten. Das sitzt in unserem Darm und sorgt praktisch als Housekeeping-Bacterium dafür, dass das Clostridium bifizelae nicht zu schach wächst. Es macht außerhalb noch zwei andere Sachen. Es produziert Vitamin K. Wofür brauchen wir Vitamin K? Genau, welche? Genau, 10, 9, 7, 2. Und er spaltet das Glucoronid. Also wir wissen ja, beim enteroepathischen Kreislauf haben wir ein Glucoronid drangehangen und das wird abgespalten von Bacteroides. Und dann kann unser Medikament oder unser Stoff wieder reabsorbiert werden vom Körper. Also dafür ist der nützlich. Dann haben wir hier noch die Intrazellulären Erreger. Bei den Intrazellulären Erregern haben wir die Chlamydien, die Mykoplasmen, die Legionellen und die Riketzien. Chlamydien ist auch wieder relativ logisch, was die machen. Was machen Chlamydien? Ja, genau. Uretritis zum Beispiel. Ja. Genau. Kommt nachher nochmal. Also sie machen sexuell übertragbare Krankheiten, unter anderem die Uretritis. Chlamydien gehören zu der Gruppe der Intrazellulären Erreger. Sie haben eine sehr dünne Zellwand. Okay, das wurde ich letztes Jahr gefragt. Sie haben eine Zellwand, aber eine sehr dünne. Mykoplasmen hingegen sind zellwandlos. Was machen Mykoplasmen? Mykoplasmen machen eine Pneumonie. Die Mykoplasmen Pneumonie unterscheidet sich allerdings von der normalen Pneumonie. Wie genau, das schauen wir uns nachher an. Die Legionellen, die machen die Legionärskrankheit, das ist auch eine Art von Pneumonie. Wer weiß, wieso die Legionärskrankheit heißt? Die erste Reihe weiß es. Soll ich sagen? Da muss ich es nicht wiederholen. Legionärskrankheit wird sie deswegen genannt, weil zum ersten Mal eine Epidemie auftrat bei einem Kongress von Legionären in Amerika. Warum war das genau bei diesem Kongress? Es ist so, dass diese Legionellen sehr gerne in Wasserreservoirs leben. Die fühlen sich dort wahnsinnig wohl. Wenn wir jetzt ein Kongresszentrum haben mit Belüftungsanlagen, dann werden die Legionellen in der Luft verbreitet und die Leute erkranken an einer Pneumonie. Also das ist eine Erkrankung, die oft vorkommt nach Kongressen. Deswegen geht es nicht zu Kongressen. Kongresse sind gefährlich. Rickettsien, die machen das Rocky Mountain Spotted Fever. Das ist eine Erkrankung, die ist verbreitet in den USA und in Süd- und Mittelamerika. Da kommt es zu einer Verletzung der Kapillaren und zu einer im Körper ziemlich starken Entzündungsreaktion, die dann zum Multiorganversagen führt. Ich dachte, ich hatte das vor zwei Tagen, weil ich gerade vom Urlaub zurückgekommen bin und ich habe einen kleinen Hautausschlag bemerkt. Bei Rickettsien bekommt man einen Hautausschlag, aber nur während der Erkrankung, wenn man schon Fieber hat, habe ich dann herausgefunden. Also ich habe keine Rickettsien. Gott sei Dank. Damit wären wir mit dieser Folie fertig. Gibt es dazu Fragen oder können wir zu unseren Erkrankungen weitergehen? Gut. Ja. Ich glaube, teils, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich schaue es in der Pause nach. Also auf jeden Fall keiner von den Keimen, wo man sagt, dass sie interzoll leer sind. Aber ich schaue es nachher nochmal nach. Okay. Also das Erste, was wir uns anschauen, ist die Angina Tonsillaris. Wir haben schon gesagt, unser Erreger ist Streptococcus pyogenes. Das ist ein Beta-hämolisierender Streptococcus der Gruppe A. Und wir haben gesagt, diese Beta-hämolisierenden Streptococcus können auch Scharlach machen. Und Scharlach ist eine weitaus schlimmere Infektion. Okay? Weil sie systemisch wirkt. Wichtig ist jetzt, dass eben 70 bis 80 Prozent unserer Anginas viral bedingt sind. Also zum Beispiel durch Coxsackievirus, Adenovirus, Influenzavirus und nicht bakterisch. Durch Bakterien. Das heißt, es würde überhaupt nichts bringen, da Antibiotika drauf zu hauen. Und wir sollten das unterscheiden in der Klinik, weil wir wollen nicht jemandem unnötig Antibiotika geben. Wie können wir das jetzt unterscheiden? Es gibt diesen Centro-Score und da schaut man sich zum einen einmal an, hat unser Patient ein Fieber? Weil bei einer Viralinfektion ist es weitaus weniger häufig, dass unsere Patienten ein hohes Fieber haben. Also ein Fieber über 38 Grad würde uns eher auf den bakteriellen Infekt hinweisen. Dann schauen wir uns an, hat der Patient Husten? Bei Viralinfektionen haben wir öfters Husten. Dann schauen wir an, gibt es eine Lymphknotenschwellung? Und haben wir Belege auf den Transillen? Also das ist wichtig. Es ist jetzt so, selbst wenn wir eine bakterielle Infektion haben, in zwei bis fünf Tagen geht die auch ohne antibakterielle Behandlung weg von selber. Der Grund, warum wir trotzdem antibiotisch behandeln sollten, ist, dass die Komplikationsrate runtergeht. Und die Komplikationsrate nach einer Angina tonsillaris durch Streptokokken ist durchaus nicht, naja, man soll es nicht ignorieren. Es kann nämlich zum rheumatischen Fieber kommen oder zu einer Post-Streptokokken Glomerulonephritis. Was ist jetzt dieses rheumatische Fieber? Das hören wir jetzt recht oft, wir hören auch Prophylaxe des rheumatischen Fiebers. Was ist das überhaupt? Wozu kommt das? Weiß irgendjemand ein paar Symptome beim rheumatischen Fieber? Nein? Okay, kein Problem. Also ein Hauptsymptom ist einmal Gelenkschmerzen. Die Patienten haben eine Arthritis. Deswegen nennt man es auch rheumatisches Fieber. Beim Rheuma haben die Patienten auch Gelenkschmerzen. Dann kannst du eine Entzündung des Herzgewebes kommen. Das heißt, sie haben eine Carditis. Und das ist einer von unseren gefürchtesten Langzeiteffekten dieses rheumatischen Fiebers. Weil die Infektion bzw. die Reaktion mit dem Herzgewebe führt dann zu Klappenschäden. Und es ist einer von den Leitenden, eigentlich die Hauptursache von Klappenschäden in der Welt, die halt nicht angeboren sind, ist das rheumatische Fieber. Das heißt, die Leute haben dann zum Beispiel eine Mitralinsuffizienz später im Leben. Und das prädisponiert sie dann auch für andere Erkrankungen, zum Beispiel für die Endokarditis. Das heißt, wir wollen das vermeiden. Wozu es dann noch kommen kann, ist so Knötchen in der Haut. Was ja uns nicht so wichtig ist, das ist eigentlich banal. Und es kann zum Arithema Marginatum kommen, das sind so runde Effloreszenzen, die in der Mitte hell sind und rundherum dunkel. Und das Letzte, wozu es kommen kann, ist zu einer Korea. Ihr kennt es ja wahrscheinlich alle, die Korea Huntington, die eine genetische Erkrankung ist. Bei der kommt es zu einer Korea im Alter von so 40 Jahren. Bei der Korea hier kommt es zu einer Korea im Kindesalter. Und ich habe jetzt ein Video, dass ihr mal sehen könnt, wie das ausschaut. Und ich hoffe, das funktioniert. Darf ich das öffnen? Ja, ich mache es einfach mal. So. Und, funktioniert das? Ja. Ich gucke mal. Ach nein! Kann ich es einfach umdrehen? Wie mache ich das, dass es rüber geht? Das einfach ausziehen. Aha. Und dann rüber. Okay. Ohne Ton, ne? Ich habe nicht gedacht, dass ich so lange über die Krankheiten reden werde. Letztes Jahr war es irgendwie nicht so lang. Okay? Ja. Also, wie ihr seht, sie kann die Bewegung nicht wirklich sehr flüssig ausführen. Sie macht das nicht absichtlich. Der Grund, warum es zu diesen Reaktionen kommt, ist eine Kreuzreaktion mit körpereigenen Proteinen. Also, unser Immunsystem im Körper, soll ich sie da aufmachen, das PowerPoint? Wo ist es denn? Ja, aber hier ist es nicht offen. Das heißt, ich sehe nicht, wo ich bin. Dankeschön. Also, es kommt zu einer Kreuzreaktion mit körpereigenen Proteinen. Unser Immunsystem sieht zuerst mal unseren Streptococcus Biogenes und produziert Antikörper gegen den Streptococcus. Es ist aber so, dass die Oberflächenproteine vom Streptococcus so ähnlich aussehen wie körpereigene Proteine. Das heißt, diese Antikörper werden mit dem Körperkreuz reagieren. Zum Beispiel schauen sie so ähnlich aus wie das Myosin vom Herzgewebe. Deswegen kommt es zu einer Herzschädigung. Oder sie schauen so ähnlich aus wie Ganglioside im Gehirn. Deswegen kommt es dann zu diesen koriatischen Bewegungen, weil die Antikörper mit den körpereigenen Proteinen reagieren und sozusagen sie zerstören wollen. Okay? Das wollen wir alles vermeiden. Deswegen machen wir sowohl eine antibiotische Behandlung als auch, wenn der Patient wirklich am rheumatischen Fieber erkranken sollte, trotzdem eine Prophylaxe. Und da verwendet man Penicillin. Entschuldigung. Gut. Hier haben wir mal noch eine Erinnerung auf eine Nebenwirkung, die immer gefragt wird. Das ist sozusagen die Lieblingsnebenwirkung von allen, weil man behandelt die Angina Tronsillaris ja sehr gerne mit Penicillin, vor allem mit den Aminopenicillinen. Wenn wir jetzt aber eine Epstein-Barr-Virus-Infektion haben, die durchaus ähnlich aussehen kann wie eine Angina Tronsillaris und wir geben eine Aminopenicillin, dann wird es bei unseren Patienten zu einem Exanthem kommen. Das ist grundsätzlich harmlos. Aber es juckt wahnsinnig. Epstein-Barr-Virus-Infektion ist, wie gesagt, hat ein englisches Krankheitsbild, also Halsschmerzen, Lymphknotenschwellung, betrifft vor allem Jugendliche. Man sagt, es ist der Kissing Disease, weil es von einem auf der anderen übertragen wird und die Jugendlichen küssen sich ja so wahnsinnig viel. Ein Risiko bei Epstein-Barr-Virus-Infektion ist dann, dass auch die Milz betroffen ist. Das heißt, die Milz schwillt extrem an und es kann zu einer Milz-Ruptur kommen. Das ist eine der geführten Komplikationen. Dieses Exanthem ist unangenehm, aber nicht gefährlich. Wie therapieren wir die Angina Tonsillaris? Unser Mittlerwahl ist Penicillin-V. Wer weiß schon, warum wir nicht Penicillin-G geben, sondern Penicillin-V? Ja. Penicillin-V ist das oral verfügbare Penicillin, Penicillin-G gibt man nur IV und wenn unser Patient eine Angina Tonsillaris hat, dann wollen wir ihm nicht IV-Antibiotika geben, weil das wäre nicht wirklich adäquat, wenn wir jemanden ambulant behandeln. Alternativen sind dann die Cephalosporine oder das Erythromycin, das gehört zu den Makrolinen, das ist sozusagen unser Ausweichstoff bei einer Penicillin-Allergie, weil das wirkt auch gut gegen den Streptococcus Biogenes. Naja, wenn du weißt, dass es ein Streptococcus ist, dann musst du kein Breitspektrum Penicillin geben. Also die Aminopenicilline, die wirken ja verbessert im Vergleich zum Penicillin-V. Das machen wir nachher alles noch genauer, aber die wirken auch gegen Gramm-negative Keime. Wenn wir jetzt aber eh schon wissen, dass in den meisten Fällen wir einen Streptococcus Biogenes als Erreger, der Angina Tonsillaris haben, dann haben wir keinen Grund, ein Aminopenicillin zu geben, weil das erwischt zwar unseren Streptococcus, aber es erwischt auch viele andere Keime und wir wollen ja so wenig wie möglich Resistenzen erzeugen in unseren Patienten. Also wir nehmen immer das, was unser Spektrum am knappesten abdeckt. Wir vermeiden Breitspektrum-Antibiotika. Ja, wenn du zum Beispiel Sinositis hättest, dann könntest du aber bei einer reinen Angina, würdest du es nicht nehmen. Das heißt, es ist eigentlich absolut unlogisch, dass wir das lernen, weil du es eigentlich eh nicht nehmen würdest, weil es nicht indiziert ist. Ja, okay. Die nächste wichtige Erkrankung, die wir können sollten, beziehungsweise dessen Keime, deren Keime wir können sollten, ist die Otitis media. Erreger sind hier, haben wir vorher schon gehört, die Pneumokokken und das Streptococcus wieder. Hier zum Beispiel, mein lieber Kollege in der ersten Reihe, hier hast du auch die Streptococcus dabei, aber es sind nicht nur Streptococcus, es ist auch der Haemophilus dabei, ein Gramm negativer Keim und der Moaxella, auch ein Gramm negativer Keim. Also wenn wir jetzt hier Penicillin V geben, dann ist das vielleicht nicht ideal, weil Penicillin V erwischt weder Haemophilus noch Moaxella. Hier würden wir dann eher eine Moxizillin geben. Wer erkrankt besonders gerne an Otitis media? Ja, Kinder. Wieso? Genau. Genau. Sehr gut. Ja, also die Kinder haben eine kurze Tuba-Ostachii, eine ostachische Röhre, deswegen aszendieren Keime besonders gerne vom Hals-Rachenraum hinauf ins Mittelohr. Das führt dann zu einer Otitis media. Wie schaut diese Otitis media aus? Die Kinder haben sehr starke Ohrenschmerzen, sie greifen sich andauernd zum Ohr hin. Es kann sein, dass sie einen Ausfluss haben aus dem Ohr, es kann sein, dass das Ohr gerötet ist. Ja. Okay, kein Problem. Also, sie haben Ohrenschmerzen, das ist einfach ein anderes Wort, Otalgie. Tragus ist der vorderen Teil vom Ohr hier. Wenn man da drauf drückt, dann tut ihnen das weh. Also, sie haben einen Tragus-Druckschmerz. Es kann eben zu einer Otorö kommen, zu einem Mittelohrguss. Das schaut dann so aus. Also, wenn wir eine Otoskopie machen mit diesem netten Gerät, dann sehen wir hier einen Eiterspiegel. Es kann sein, dass sich das Trommelfell nach außen wölbt, dass es gerötet ist. Und es kommt natürlich zu einer Hörverminderung, weil wenn wir jetzt hier Eiter bzw. Flüssigkeit im Mittelohr haben, dann wird das Kind weniger gut hören können. Es ist jetzt so, dass in den meisten Fällen auch diese Otitis media sich von selber ergibt. Wir müssen keine Antibiotika geben. Also, wenn jetzt unser Kind über zwei Jahre alt ist, dann würden wir in den meisten Fällen zuerst einmal symptomatisch therapieren. Was heißt symptomatisch therapieren? Wir geben Schmerzmittel. Also, in dem Fall werden wir Paracetamol geben oder Ibuprofen. Nach zwei bis fünf Tagen ergibt sich das dann von selber. Das Wichtige ist halt, dass wir eine Schmerzlinderung machen. Bei wem würden wir jetzt Antibiotisch therapieren? Grundsätzlich bei allen Kindern unter sechs Monaten. Und bei Kindern zwischen sechs und 24 Monaten würden wir ein bisschen differenzierter vorgehen. Wir würden einmal zuerst schauen, sind beide Ohren betroffen? Wie stark sind die Schmerzen? Wie hoch ist das Fieber? Was sind die Komplikationen der Otitis media? Das sind einmal die Mastoiditis und die Meningitis. Was ist denn Mastoiditis? Was ist da entzündet? Ja, das Mastoid. Also das Mastoid ist hier hinten der Knochen. Was ist jetzt die Gefahr von der Mastoiditis? Es ist ja so, dass wir Hirnnerven haben. Und einer von unseren Hirnnerven läuft jetzt in diesem Gebiet. Das ist der siebte Hirnnerv, der Nervus facialis. Der Nervus facialis innerviert unsere mimische Muskulatur im Gesicht. Das heißt, wenn es hier zu einer Mastoiditis kommt, dann kann es auch zu einer Schädigung vom Nervus facialis kommen und unser Kind bekommt eine Gesichtslähmung. Und das geht dann auch nicht mehr weg. Also ein Grund, warum wir antibiotisch therapieren, ist auch, um das Risiko einer Mastoiditis zu vermindern. Das wird nämlich auf die Hälfte reduziert durch antibiotische Therapie. Im schlimmsten Fall kommt es noch zu einer Ausbreitung, also jenseits des Knochens und dann auch zu einer Meningitis. Das ist ja natürlich unser Worst-Case-Szenario. Hier haben wir nochmal die Therapie. Wir nehmen jetzt Amoxicillin statt Penicillin-V, weil wir auch die Gram-negativen Keime hier erwischen wollen, also Hemophilus und Moraxella. Unser Ausweichmedikament ist wieder ein Cephalosporin und bei einer Allergie würden wir wieder ein Makolit geben. Also recht ähnlich wie hier bei der Anginatronsilaris. Erstlinie ist Penicillin, Cephalosporin alternativ, bei Allergie Makolit. Du hast jetzt eine Frage gehabt zur Folgenfolie. Ja, ist es. Ja. Also ich habe das hier übernommen aus der Leitlinie, die ist aber schon länger nicht mehr geupdatet worden, soweit ich mich erinnern kann, 2013. Also Erythromycin gibt man eigentlich nicht mehr wirklich. Es hat eine schlechte orale Bierverfügbarkeit, das hat im Vergleich zu anderen Makroliden keine, nicht so ein gutes Nebenwirkungsspektrum, macht öfters Nebenwirkungen. Man würde jetzt eher Claretro- oder Roxitromycin geben. Also die Kollegen haben vollkommen recht, Erythromycin ist obsolet eigentlich. In Leitlinien steht es trotzdem manchmal noch drinnen. Machen wir noch die Pneumonie. Pneumonie, da gibt es viele Arten. Es gibt einmal die atypische und die typische Pneumonie. Eine typische Pneumonie schaut wie aus? Ein schneller Krankheitsbeginn, hohes Fieber, Schmerzen beim Atmen, eine Tachypne, das heißt eine Atemfrequenz über, wie viel? Ja, 20 eigentlich schon. Ab 30 gibt es einen Punkt im Score, aber 20 ist schon Tachypne. Hast du recht. und eine Tachypne. Die atypische Pneumonie, die fängt eher schleichend an. Die ist auch nicht so stark ausgeprägt, was die Symptome angeht. Typische und atypische Pneumonie unterscheiden sich jetzt im Erregerspektrum. Bei der typischen Pneumonie haben wir eben unsere Pneumokokken, ganz klar. Wir haben den Hemophilus und die Staphylokokken können das auch machen. Die atypische Pneumonie wird jetzt eher von den Mykoplasmen ausgelöst. Was haben wir gesagt, macht die Mykoplasmen so besonders? Genau, sie haben keine Zellwand und sie leben intrazellulär. Das heißt, welche Antibiotika würden das Mykoplasmen nie erwischen? Genau, Beta-Lactame sind komplett nutzlos gegen Mykoplasmen, weil die Mykoplasmen haben keinen Angriffspunkt. Sie sind zellwandlos. Dann können wir noch unterscheiden zwischen der Community-Acquired Nynomia und der Nosokomialen, also der Hospital-Acquired Nynomia. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Keimspektren. Bei der Nosokomialen haben wir jetzt öfters Pseudomonas und Grammnegative, also E. coli, Proteols. Und bei der Community-Acquired haben wir wieder unsere typischen Pneumonie-Erreger. Lobert versus Interstitiell sagt uns, welche anatomische Lokalisation unsere Entzündungsherd hat. Lobert heißt, ein Lappen ist betroffen, Interstitiell heißt das Gewebe zwischen den Kapillaren und dem Lungengewebe ist betroffen. Und was ist dieser CAB-Score und dieser Curb-Score? Wir haben ja vorher gesagt, wir haben den Centro-Score, um zu unterscheiden, ob wir viral oder bakterielle Angina Tonsillaris haben. Dieser CAB-Score, der sagt uns jetzt, wie gefährlich unsere Pneumonie ist. Weil eine Pneumonie kann durchaus banal sein, sie kann aber auch sehr schnell zum Tod führen, wenn der Patient ohnehin schon prädisponiert ist. Dieser CAB-Score verwendet jetzt ein paar Parameter. Zum einen verwendet er mal, wie die Bewusstseinslage von Patienten ist. Ist der Patient verwirrt? Ist das Bewusstsein irgendwie eingetrübt? Dafür steht das C, also Confusion, Consciousness. Das U, das steht für unseren Bun, also für unser Blood, Urea, Nitrogen, das ist praktisch der Ammoniak, der im Blut an unser Harnstoff gebunden ist. Das sagt uns was aus über die Nierenfunktion und darüber, wie dehydriert der Patient ist. Okay, wenn das erhöht ist, über 19 Milligramm pro Deziliter, dann bekommt er einen Punkt. Also eine Erhöhung von diesem Bun, den ihr öfter zum Krankenhaus sehen werdet oder schon gesehen habt, ist ein schlechter prognostischer Faktor. Das R steht wieder für unsere Respiratory Rate. Der Kollege hat schon gesagt, über 30 ist eine Tachypneu. Allgemein über 20 ist schon Tachypneu. Über 30 bekommt man hier einen Punkt für ein erhöhtes Risiko. Das B, das steht jetzt für Blood Pressure. Wenn der Blutdruck erniedrigt ist, also systolisch unter 90, diastolisch unter 60, ist das auch ein erhöhtes Risiko, weil das heißt, dass der Patient seinen Kreislauf nicht aufhalten kann. Das 65 steht jetzt für das Alter. Bei Patienten in einem höheren Alter haben wir ein erhöhtes Risiko für Mortalität. Wenn jetzt unser Score 0 ist, dann können wir den Patienten ambulant behandeln. Wir geben ihm ein Antibiotikum, wir sagen, sie kommen am nächsten Tag wieder und wir schauen, wie es ihnen geht. Zwischen 1 und 2 gehen wir differenziert davor, da schauen wir uns vielleicht noch an, was für Zusatzerkrankungen hat unser Patient. Kann der sich daheim die Medikamente selber geben? Hat der Leute, die ihm helfen, falls es irgendwie schlechter gehen sollte? Da könnte man auch eventuell überlegen, ob wir den Patienten nicht gleich stationär behandeln. Wenn der Score über 3 ist, dann sollten wir ihn sofort stationär aufnehmen. Es gibt dann auch noch andere Scores, die uns sagen, ob wir den Patienten vielleicht intensivmedizinisch betreuen sollten. Aber die müssen sie nicht können. Der ist auch nur aus Interesse halber. Danke. Das müssen wir jetzt glaube ich nicht so genau durchgehen, weil wir eh zeitlich schon ein bisschen knapp beieinander sind. Aber hier habt ihr nochmal die Guidelines aufgelistet, was man bei welcher Art von Pneumonie geben soll, warum und wieso. Und das müssen wir jetzt nicht unbedingt durchgehen. Es geht nur darum, dass wir halt je schlimmer die Pneumonie ist, desto eher wollen wir auch keine mehr abdecken, die vielleicht nicht so häufig sind. Also hier zum Beispiel würden wir noch ein Plus ein Makrolit dazugeben. Und das ist jetzt, falls es euch noch interessiert, welches Antibiotikum wirkt jetzt bei welchem Keim. Und jetzt machen wir mal fünf Minuten Pause, weil ich brauche ein Wasser. Mikro einfach ausmachen. Okay. Ja. Ich schalte nur mein Mikro aus. Nicht wirklich. auf. Ja. 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 精� Hab ja. 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 Vielen Dank. 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 Hormonas bei nosokomialen Infektionen, die Chlamydien und die Mykoplasmen bei der atypischen Pneumonie. Da können wir jetzt kein Penicillin geben. Da ist jetzt momentan laut der Leitlinie das Toxyzyklin das Mittel der ersten Wahl. Toxyzyklin ist ein Tetrazyklin. Das wirkt gut gegen intrazelluläre Keime. Wie wirkt die Tetrazykline? 30S-Ribosom. Wirken bakteriostatisch. Bakteriostatisch und greifen am Ribosom an. Bei der legionellen Pneumonie, diese Legionärskrankheit, da können wir jetzt ein Moxifloxazin verwenden oder ein Lebofloxazin. Das sind beides Kinolone. Was die machen, das machen wir dann später. Eines unserer weiteren Krankheitsbilder ist die Meningitis. Die ist auch relativ wichtig. Warum? Weil sie sehr oft tödlich endet. Früher war die Meningitis in 100% aller Krankheitsfälle tödlich, bevor man sie behandeln konnte. Heutzutage in einem Viertel der Fälle. Trotz antibiotischer Behandlung. Was sind jetzt unsere Leitsymptome bei der Meningitis? Das ist einmal das Kopfweh, beziehungsweise die Bewusstseinstrübung. Der Meningismus, das heißt die Nackenschmerzen bei Streckung. Meningitis und das Fieber. Es ist aber so, dass nur 44% aller Leute überhaupt diese Trias haben. Das heißt, selbst wenn da eines davon fehlt, kann das immer noch sein, dass unser Patient eine Meningitis hat. Was ist dieses Laseg-Zeichen? Das Laseg-Zeichen ist das, was ihr hier oben seht. Das heißt, der Parizent liegt in der Horizontale. Und man hebt das eine Bein in gestrecktem Zustand auf. Wenn das jetzt dem Patienten weh tut, dann hat er ein positives Laseg-Zeichen. Was hat das jetzt mit der Meningitis zu tun? Bei der Meningitis ist es ja so, dass unsere Hirnhäute entzündet sind. Wenn wir hier unser Bein strecken, dann streckt das automatisch auch die Nerven, die aus dem Rückenmark kommen. Im Rückenmark sind die Nerven umgeben von unserer Hirnhaut. Das heißt, die entzündete Hirnhaut wird sozusagen angezogen und wenn die eh entzündet ist, dann tut das weh. Das ist nicht nur bei Meningitis positiv, sondern bei einem Bandscheibenvorfall zum Beispiel habt ihr auch ein positives Laseg-Zeichen. Weil das auch zur Irritation von den Meningen führt. Neben Symptome sind dann die Lichtscheu, Übelkeit und Erbrechen. Das, was man halt kennt. Was sind jetzt wichtige Untersuchungen, die wir machen sollten? Wenn ihr jetzt einen Verdacht habt auf eine Meningitis im Krankenhaus, euer Patient hat Kopfweh, Fieber und einen Meningismus. Das Wichtigste ist, wir nehmen eine Blutkultur ab. Vor allem, bevor wir das Antibiotikum überhaupt geben. In der Blutkultur sieht man in über 90% der Fälle, ob eine Infektion vorliegt. Okay? Also wichtig, Blutkultur abnehmen. Was kann uns auch noch weitere Hinweise geben? Das ist die Färbung aus dem Liquor. Um den Liquor zu gewinnen, können wir eine Liquor-Punktion machen. Das heißt, wir gehen mit einer Nadel ein zwischen die Prozesse Spinosi des Wirbelkanals und entnehmen Liquor. Es gibt jetzt aber Kontraindikationen für diese Liquor-Entnahme. Es kommt oft vor, dass Patienten mit Meningitis einen erhöhten Hirndruck haben. Weil es natürlich eine Entzündung des zentralen Nervensystems ist. Und das kann auch zu einer Hirndruckerhöhung führen. Bei einer Hirndruckerhöhung sollte man auf keinen Fall eine Liquor-Entnahme vornehmen. Weil, wenn man sich denkt, wenn wir hier unten Druck ablassen und hier oben ist ein erhöhter Druck, dann kann das sein, dass unser Gehirn nach unten rutscht und eingeklemmt wird. Und wenn unser Gehirn eingeklemmt wird, dann führt das durchaus zum Tod des Patienten beziehungsweise zu schweren neurologischen Folgeschäden. Das heißt, wir müssen vor einer Liquor-Punktion ausschließen, dass unser Patient erhöhten Hirndruck hat. Wie können wir das ausschließen? Wir können ein CT machen. Das CT geht schnell und gibt uns wichtige Hinweise. Im CT sieht man, ob erhöhter Hirndruck vorliegt. Was sind jetzt die Indikationen für das CT? Wenn unser Patient eine Bewusstseinsdrübung hat, würden wir ein CT machen. Wenn keine Bewusstseinsdrübung vorliegt, dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass unser Patient erhöhten Hirndruck hat. Wenn wir jetzt ausgeschlossen haben, dass erhöhter Hirndruck vorliegt, dann können wir ein Liquor entnehmen. Und im Liquor kann man dann eine Grammfärbung machen. Man sieht, welcher Keim vorliegt. Man kann schauen, sind die Neutrophilen erhöht? Wie schaut die Glucose aus? Und das gibt uns alles Hinweise darauf, ob jetzt eine bakterielle Entzündung vorliegt oder eine virale. Weil es kann auch sein, dass ein viraler Erreger schuld ist an Symptomen. Was sind die wichtigen Erreger der Meningitis? Das sind die Pneumokokken und die Meningokokken. Haben wir schon gesagt. Bei Jugendlichen sind die Meningokokken die Hauptkeime bei 55%. Bei allen anderen sind die Pneumokokken vorherrschend. Danach kommen die Meningokokken. Im Neugeborenenalter kann es auch sein, dass Mysterien das verursachen. Genau das Gleiche gilt bei älteren Leuten. Das habe ich jetzt nämlich ausgebessert im Vergleich zu den Folien vom letzten Jahr. Laut Up-to-Date ist es nämlich so, dass man, wenn man empirisch therapiert, was wir immer machen sollten bei Meningitis. Also bei Meningitis ist es so, wir geben immer empirische Therapie. Weil je früher man anfängt zu therapieren, desto mehr wird die Mortalität gesenkt. Und wir haben ja gesagt, 25% Mortalität bei guter Antibiotischtherapie ist durchaus sehr, sehr hoch. Das heißt, je früher wir anfangen, desto besser. Also wir therapieren immer empirisch, bevor wir überhaupt das Resultat von unseren Blutkulturen haben. Also wenn wir jetzt unseren Patienten haben, das ist ein ambulanter Patient, der hat eine Meningitis, dann geben wir zwischen dem 2. und 50. Lebensjahr ein Cephalosporin plus das Vancomycin. Das Cephalosporin, das ist das Zeftriaxon, das ist unser Mittel der Wahl bei Meningitis. Es geht sehr gut ins zentrale Nervensystem. Und das Vancomycin geben wir deswegen dazu, weil sehr viele Pneumokokken schon resistent sind und das Vancomycin die resistenten Pneumokokken abdeckt. Unter 2 Jahren und über 50 würden wir das Ampicillin dazugeben, um die Listerien abzudecken, die ja im höheren Alter bzw. im neugeborenen Alter auch verantwortlich sein können. Wenn wir dann unser Ergebnis haben von der Blutkultur, dann können wir spezifisch ein Antibiotikum geben, was gegen den verursachenden Keim wirkt. Aber vorerst ambulant, empirische Therapie, würden wir das hier geben. Bei Nosokomialer sind wir ein bisschen breiter. Das Meropenem, das ist ein Kauapenem. Das wirkt jetzt auch gegen die Keime, die eine Nosokomialer Meningitis verursachen. Also das sind wieder unsere gar negativen. Also die ungewöhnlichen. Was jetzt noch erwähnenswert ist, ist das Waterhouse-Fridigsen-Syndrom bei Meningokokken-Sepsis. Das kommt in ca. 15% der Fälle vor und ist eben durch diese disseminierte intravasale Gerinnung ausgezeichnet, die wir vorher schon erwähnt haben. Also es kommt zu Thrombosenbildung, es kommt zu verbrauchten Gerinnungsfaktoren, es kommt zu großflächigen Hautblutungen und es kommt zu einer Blutung in die Nebennieren. Was ist in unseren Nebennieren vorhanden, wofür sind die gut? Was produzieren sie? Ja, welche Hormone? Cortisol, genau, zum Beispiel. Was noch? Aldosteron. Ja. Genau, also Nebennieren-Rinde produziert das Aldosteron und das Cortisol und auch Sexualsteroide. Die sind jetzt für das Krankheitbild weniger relevant. Und das Mark produziert das Adrenalin. Beim Waterhouse-Fridigsen-Syndrom mit der Nebennieren-Rinden- und Mark-Einblutung kommt es dann auch zu einem Addison-Syndrom. Das ist sozusagen die Nebennieren-Rinden-Insuffizienz. Und da kommt es dann auch zu einem Zusammenbruch praktisch des Kreislaufs, zusätzlich noch zu Sepsis. Und dieses Krankheitsbild ist mit einer sehr, sehr hohen Mortalität vergesellschaftet. In 15% der Fälle kommt es dazu. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir gut antibiotisch therapieren. Wozu es noch kommt? Als Frühsymptom bei Meningokokken-Meningitis ist Petechien. Das heißt, kleine Haut-Einblutungen, so Stecknadelkopfgröße. Darauf sollten wir immer schauen. Vor allem deswegen, weil sich die Meningokokken-Meningitis sehr, sehr schnell entwickelt, innerhalb von Stunden. Also mir hat man davon einen Fall erzählt, auf der Pädiatrie, das Kind kam ins Krankenhaus und innerhalb von drei Stunden war es auf der Intensiv. Am Anfang war fast kein Symptom vorhanden. Und man sollte immer genauer nach diesen Petechien Ausschau halten. Die können auch auf der Fußsohle sein und sonst nirgends. Das ist eines von den Frühsymptomen. In 50% der Fälle haben wir Petechien. Das heißt noch lange nicht, dass sie eine Sepsis haben, aber die Petechien sind sehr oft vorhanden. Das ist eines von diesen wahren Symptomen. Gut, das ist nochmal aufgelistet. Die Verursacher, verursachenden Keime der Meningitis. Bei Neugeborenen haben wir gesagt, die Streptokokken der Gruppe B. Das sind die betahemolysierenden Streptokokkus A-Galaxie. Wir machen das Screening. Bei Infektion, Prophylaxe während Geburt. Die Listerien. Listerien werden abgedeckt durch das Ampicillin, haben wir vorher gesagt. Und der E. coli, der kann auch einen neugeborenen Meningitis machen, weil er eben auch das Vaginalgebiet besiedelt. Bei Kindern und Jugendlichen Neisseria meningitidis und Streptokokkus Plonomia. Und bei Erwachsenen wieder Neisseria meningitidis und Streptokokkus Plonomia. Also das sind unsere zwei Hauptkeime. Was jetzt wichtig ist, ist, dass wir bei Meningitis auch eine Prophylaxe machen können, der den Patienten nahe lebenden Menschen, um zu verhindern, dass die auch erkranken. Das machen wir dann bei Meningokokken-Meningitis. Zur Meningitis-Prophylaxe gibt es drei Medikamente. Das Zeftriaxon, das haben wir schon kennengelernt. Das ist ein Cephalosporin der dritten Generation. Das ist eigentlich auch Mittel der Wahl für die Meningitis. Das kann man auch als Prophylaxe einmalig geben. Das Ziprofloxacin ist eines dieser Fluorquinolone. Das kann man auch zur Prophylaxe geben. Und bei Kindern gibt man das Glyphampicin. Ah ja, das habe ich noch vergessen. Was auch wichtig ist, ist die Gabe von Dexamethason. Dexamethason ist ein Glucocorticoid. Und wenn man das am Anfang dazu gibt, bei der ersten antibiotischen Dose, verhindert man auch die Mortalität und die Langzeitschäden. Weil das die Entwicklung eines Hirnödems verhindert. Also es gibt bei sehr vielen Patienten Meningitis, wenn sie es überleben, auch Langzeitfolgeschäden bei 30% der Leute. Die haben dann neurologische Folgeschäden ihr Leben lang. Das heißt, es ist sehr gut, wenn wir da präventiv auch noch was geben, was sowohl die Mortalität senkt, als auch die Inzidenz der Folgeschäden. Gut, soviel zum Meningitis. Noch ganz kurz zum Harnwecksinfekt, damit wir endlich zu den Medikamentenklassen kommen können. Harnwecksinfekt, haben wir gesagt E. coli, in 75% der Fälle. Dann haben wir noch den Staphylococcus saprophyticus, das war unsere Harnemundsystitis. Klebsiella und Protoes können auch das machen. Die Klinik schaut logischerweise wie aus. Schmerzen beim Harnlassen, vermehrter Harndrang, kann auch zu alterigen Harn kommen. Das ist die Pyurie. Komplikationen sind natürlich eine aufsteigende Infektion, Pyelonephritis. Und das kann dann auch zu Sepsis führen. Wer vor allem davon betroffen ist bei einem Harnwecksinfekt, sind wieder unsere Schwangeren, unsere Risikogruppe. Die bekommen, wenn sie jetzt eine asymptomatische Baktheorie haben, das heißt, sie haben keinerlei Symptome, aber sie haben Bakterien im Harn, viel öfters eine Pyelonephritis als andere Frauen, die eine asymptomatische Baktheorie haben, aber das nicht wirklich behandelnswert ist. Bei Schwangeren sollte das behandelt werden, weil es zu Empyelonephritis führt in 30% der Fälle. Und das kann dann auch zu Frühgeburten führen. Die Therapie des Harnwecksinfekts ist, das mittlerwahl ist das Phosphomycin. Das Phosphomycin, weiß jemand, wie das wirkt? Streberei ist wieder. Also das Phosphomycin ist auch eines von diesen Zellwand-Synthese-Hemmern, hat aber eine andere Wirkung als die Beta-Lactame. Das greift auch an ein Enzym an, was in der Moinsynthese praktisch beteiligt ist und hemmt das, wirkt dadurch Bakterizid. Das kann man als Einmalgabe geben für die Cystitis. Man kann das Nitroforantoin geben. Ich weiß, der Professor Freismuth sagt, das ist ein schlechtes Medikament. Ist es auch, was die Lungenfibrose angeht. Ist aber momentan trotzdem in den Leitlinien als Mittel der Wahl angegeben. Vor allem in Amerika wird das gerne gegeben. Nebenwirkung ist aber die Lungenfibrose. Also ist es eben so, dass es sich im Laufe der Jahre immer wieder als Modemedikament einbürgert und dann ist es wieder verpönt, weil es Nebenwirkungen hat. Dann kommt es wieder. Trotzdem ist es momentan wieder en vogue. Das PIV-Mezilinar ist jetzt ein Aminopenicillin. Das wird vor allem in Europa, in den nordischen Ländern sehr gerne gegeben. Wirkt sehr gut gegen Gramm-negative Keime, also die hier. Und ist sehr gut beim Harnwegsinfekt. Wird sonst eigentlich nicht eingesetzt, aber beim Harnwegsinfekt ist es top. Das Trimetoprim kann man auch geben. Trimetoprim wird normalerweise in Kombination mit Sulfonamiden gegeben. Kann man aber auch als Modotherapie geben beim Harnwegsinfekt. Bei der Pyline-Nyphritis würden wir jetzt auf etwas zugreifen, was ein bisschen stärker wirkt. Das heißt, wir nehmen ein Fluokinolon. Und das gibt man dann natürlich auch länger, also sieben bis zehn Tage. Gut, Schwangerschaft müssen wir jetzt nicht unbedingt durchgeben. Ist nicht so wichtig für euch. Dann ist noch wichtig die Uretritis und die Zervizitis, also eine sexuell übertragbare Krankheit. Da haben wir unsere zwei Erreger, leicht zu merken, Neisseria gonorrhoeve und die Chlamydien. Warum ist das jetzt wichtig? Es ist wichtig, weil es sehr oft asymptomatisch ist. Bei Frauen noch viel häufiger als bei Männern. Bei Frauen ist die Gonorrhoeve in bis zu 50% der Fälle asymptomatisch und die Chlamydien sogar in 80 bis 90%. Warum ist das jetzt ein Problem? Nicht nur, weil sie andere Leute infizieren, sondern auch deswegen, weil es zu Sterilität führen kann. Also bei Chlamydien sind sehr oft beteiligt bei einer Sterilität bei Frauen. Frauen, die wissen nicht, dass sie Chlamydien haben. Es kommt zu einer Entzündung der Tuben, die verkleben und dann bekommen sie keine Kinder. Dann gehen sie zum Frauenarzt und fragen sich, warum bin ich steril? Chlamydien. Also immer auf Chlamydien testen. Und die Klinik schaut eben aus wie der HWI und es gibt noch den Juckreiz und bei der Gonorrhoeve gibt es diesen berüchtigten Bonjour-Tropfen, wo nach einem langen Wochenende, wo vielleicht ein paar Postudierte frequentiert wurden, dann am Montagmorgen ein kleines eitriges Tröpfchen auftaucht. Und das ist dann das erste Zeichen der Gonokokken. Chlamydien können auch noch andere Krankheiten verursachen. Das Drachom ist eine Infektion des Auges. Das ist vor allem in Afrika endemisch. Das kriegen viele Kinder in Afrika. Das Lybenfogranoloma venereum, das ist auch eine sexuell übertragbare Erkrankung. Da kommt es dann eben zu einer Granulombildung. Und die Konjunktivitis bei Neugeborenen, da wird das eben auch beim Geburtsvorgang auf das Neugeborene übertragen. Und das führt dann zu einer Einschlusskörperkonjunktivitis des Auges. Da gibt man prophylaktisch dann antibiotische Augentropfen. Die Therapie der Gonokokken ist relativ easy. Man gibt das Zeftriaxon. Was ist das Zeftriaxon? Ja, dritte Generation Zephalosporin. Bei welcher Erkrankung haben wir es vorher gerade angewendet? Meningitis. Warum gibt man es gerne bei Meningitis? Genau, das ist gut, dass es den Essgängel gibt. Sehr gut. Und dann geben wir noch das Acetromycin in Kombination. Was ist das Acetromycin? Ihr dürft nichts mehr sagen. Ja, sehr gut. Makrolid. Was zeichnet das Acetromycin aus? Ja, und noch was? Ja. Ja, Verteilungssoloma ist groß, Halberzeit ist lang. Sehr gut. Du darfst einfach rausschreien, weil ich schaue nicht immer überall hin. Also kann man Single-Dose geben und natürlich Partner mitbehandeln. Die Therapie der Chlamydien ist das Doxyzyklin, also wieder ein Tetrazyklin oder auch das Acetromycin Single-Dose. Also relativ easy. Dann unser letztes Krankheitsbild ist die Endokarditis, haben wir vorher schon erwähnt, ausgelöst eben durch Staphylokokken, Streptokokken, die Viridansgruppe, die Karies machen, deswegen geben wir Prophylaxe, das Clindamycin und eben auch die Enterokokken. Welche Leute sind jetzt prädisponiert für eine Endokarditis? Leute mit Herzklappenproblemen, also zum Beispiel Leute, die ein rheumatisches Fieber hatten und dadurch Herzklappenprobleme bekommen haben, die kriegen eher eine Endokarditis. Wieso? Weil die Strömungsverhältnisse um die Herzklappen sich bei einer Herzklappenerkrankung natürlich so verändern, dass sich Bakterien leichter absiedeln können. IV-Drogenabusus, deswegen, weil wir Keime auf der Haut haben und wenn man sich ständig was reinschießt und nicht desinfiziert, dann kann das in die Blutbahn gelangen und dann setzt sich das auch sehr gerne auf den Herzklappen fest. Die Klinik schaut wie aus? Die Patienten haben Fieber, Nachtschweiß und Gewichtsverlust. Das ist auch als B-Symptomatik bekannt. Das haben wir bei zwei anderen Erkrankungen auch noch. Wer mag sie rausschreien? Wer weiß sie beziehungsweise? Ja, sehr gut. Tuberkulose? Ja, wunderbar. Sehr gut. Also Tuberkulose, Lymphom und Endokarditis machen alle Fieber, Nachtschweiß und Gewichtsverlust. Dann können wir natürlich auch ein Herzgeräusch hören. Und es kann zu einer septischen Embolie kommen. Was ist eine septische Embolie? Also wenn wir jetzt eine Endokarditis haben, dann haben wir auf der Herzklappe, hier sieht man es im Echo, so eine flottierende Auflagerung. Also wenn man das dann in Bewegung sieht, dann ist das wirklich so, dass das hin und her floppt. Und das ist natürlich in Strömung. Das heißt, es können noch kleine Stückchen abreißen. Wenn jetzt in unserem linken Herzen ein Stückchen abreißt, dann kommt das über die Aorta in den Körperkreislauf und kann stecken bleiben in den Arterien. Am schlimmsten ist das natürlich, wenn es jetzt im Gehirn stecken bleibt, weil dann bekommt unser Patient einen Schlaganfall. Das kann jetzt sowohl dazu führen, dass es eine kurzzeitige neurologische Einträchtigung gibt, als auch Abszessbildung im Gehirn oder in anderen Organen. Weil sich diese septischen Embolie, die haben ja immer noch bakterielles Saatgut sozusagen. Das heißt, das kann sich in den ganzen Körper ausbreiten. Die Osla-Knötchen, Jane-Velisionen und Splinter-Hämorrhagien sind Symptome an den Händen. Das heißt, es können sich so kleine Mikroembolien bilden. Der Kapillan, da bilden sich Knötchen und so kleine Einblutungen unterm Nagelbett. Das sind die Splinter-Hämorrhagien. Das sind Zeichen, die man praktisch verwenden kann, ohne Endokarditis zu diagnostizieren. Wichtig ist für uns aber, dass wir die prädisponierenden Faktoren kennen und dass wir wissen, wir machen ein Echo, wenn wir das vermuten. Im Echo sieht man diesen septischen Embolus eigentlich sehr gut, diese Auflagerung. Therapie ist jetzt ein bisschen anders, weil wir hier ein Aminoglykosid sehr gerne kombinieren. Die Frage ist, wieso kombinieren wir Aminoglykoside? Es ist so, dass die Bakterien auf der Herzklappe viel langsamer wachsen als normalerweise. Das heißt, unsere Beta-Lactame wirken einfach nicht so gut. Wenn wir das jetzt aber kombinieren mit einem Aminoglykosid, die schauen wir uns nachher genauer an, dann kommt es zu einer guten Bakterizidenwirkung. Und dann kommt es auch zur Beseitigung des Keims. Wenn wir nur ein Aminopenicillin geben oder ein anderes Beta-Lactam, dann wird der Keim ziemlich unbeeindruckt sein. Weil die wirken nur dann gut, wenn der Keim wächst. Weil wann haben wir eine Murin-Synthese? Wenn unsere Keime wachsen. Wenn sie eh schon Murin haben, wieso sollten sie denn mehr produzieren? Wenn sie wachsen, müssen sie neues Murin produzieren. Und dann wird unser Beta-Lactam auch wirken. Das ist nochmal alle unsere Keime aufgelistet. Angina tronsillaris waren die Streptokokken. Mittlerweile sind die Penicilline, Ausweichmedikament Makrolide. Otitis Media, da haben wir nicht nur die Streptokokken, sondern auch Gramm-negative Keime. Deswegen müssen wir ein bisschen ein breiter wirkendes Penicillin geben. Also ein Aminopenicillin. Dann Bronchitis, auch relativ ähnlich wie die Sinusitis Otitis Media. Haben wir jetzt nicht wirklich genau durchgemacht. Aber da kamen wir jetzt auch eventuell noch Chlamydien dabei. Pneumonie, Pneumokokken, Hemophilus und die atypische Pneumonie mit Mykoplasmen. Und hier haben wir noch die Cystitis Pylenophritis, wo jetzt Gramm-negative dazukommen. Und die unspezifische Uretritis, wo die sexuell übertragbaren Krankheiten dabei sind. Und jetzt noch zum Schluss. Die Antibiotika assoziierte Diarrhoe. Haben wir schon gesagt. Clostridium difficile ist unser Keim. Das kann sehr milde verlaufen oder eben auch eine pseudomembranose Enterocolitis verursachen. Das schaut dann so aus. Warum kommt es dazu? Weil Clostridium difficile selektiert wird durch das Antibiotikum. Und es dann eben vermehrt wachsen kann. Vermehrt Toxin produziert. Und dieses Toxin kann man dann auch nachweisen beim Patienten. Man kann eine leiser machen vom Stuhl. Die Toxine führen sowohl dazu, dass die Zellen untergehen. Also die Enterozyten. Als auch dazu, dass es eine vermehrte Permeabilität gibt. Warum genau, müsste nicht wissen. Es sind Roh-GTPAs involviert. Und es kommt sehr oft zu Rezidiven. Welches Antibiotikum verursacht denn am häufigsten eine Clostridium difficile assoziierte Diarrhoe? Klenamycin. Genau. Sehr gut. Das erwischt nämlich alle Darmbakterien außer Zidiven. Also in 2-20% kommt es zum Durchfall. Und in 10% kommt es zu einer Clostridium difficile assoziierten Diarrhoe. Was machen wir als Therapie? Logischerweise, wir setzen das Antibiotikum ab. Und wir geben Antibiotika. Was wir jetzt immer lernen, ist, dass Metronidazol unser Mittel der ersten Wahl ist. Das Metronidazol wirkt wie? Wer weiß es schon? Ja, Radikalbildung. Genau. Tötet anaerobe Bakterien. Metronidazol gibt man 10 Tage lang. Alternativ gibt man das Vancomycin. Laut Up-to-Date ist Vancomycin in mittelerster Wahl, weil es anscheinend in ein paar Studien eine bessere Langzeitwirkung und Prävention von weiteren Ausbrüchen verhindert hat. Wir lernen trotzdem Metronidazol als mittelerster Wahl. Fidaxomycin gehört eigentlich zu den Makroliden von der Klasse her, hat eine andere Wirkung. Es hemmt nämlich die RNA-Polymerase. Welches andere Medikament hemmt die RNA-Polymerase? Schreit. Die hemmen die Gyrase, nicht die RNA-Polymerase. Rifambycin. Genau, also Rifambycin hemmt die RNA-Polymerase und Fidaxomycin hemmt auch die RNA-Polymerase. Fidaxomycin hat noch einen Vorteil, nämlich dass es die Sporen- und Toxinbildung verhindert. Weil die Sporenbildung bei Plostridium difficile ist ein großes Problem. Das wird nämlich nicht abgetötet als Sporen durch normale Handdesinfektion. Da muss man sich wirklich ordentlich die Hände waschen. Deswegen kommen Patienten mit Plostridium difficile-Infektion auch immer auf ein Einzelzimmer und nicht auf ein Gemeinschaftszimmer, weil sich das so leicht übertragen lässt. Also die sind meistens dann im Einzelzimmer, idealerweise. Und man kann auch eine Stuhltransplantation machen, um praktisch die Flora wiederherzustellen und wenn man die Flora wiederherstellen, kann Zyklistrium difficile nicht mehr so stark wachsen und es kommt zu einer Verbesserung der Symptome. Und es gibt auch noch einen monoklonalen Antikörper gegen das Toxin, aber das ist mehr ein cooler Fakt als eine wirkliche Therapie. Bletzlo-Toximab heißt das. Das ist jetzt überdeckt vom Bild, aber wir müssen das ja nicht wissen. Gut, jetzt kommen wir endlich zu den Angriffspunkten. So, ja, wunderbar. Also, womit fangen wir an? Mit der Moriinschicht. Also, hier haben wir unsere Schichten. Das ist die Wachsschicht von einem Mycobakterium. Die schauen wir uns jetzt nicht an. Was ist für uns wichtig? Die Moriinschicht, das Peptidoglycan. Wir haben jetzt mehrere Medikamentenklassen, die unsere Moriinschicht hemmen können. Also, die Synthese. Wir haben mal die Beta-Laktame, die Glykopeptide, das Phosphomycin. Und das Daptomycin greift hier an der Zellmembraner, nicht an der Zellwand. Das Daptomycin macht nämlich kleine Löcher hier hinein. Hier unten sehen wir das Enzym, die Transpeptidase. Die wird eben gehemmt von den Beta-Laktamen. Die Glykopeptide, die hemmen jetzt einfach ein anderes Enzym in der Moriinsynthese. Dann, wenn wir weit nach innen gehen, dann können wir am Ribosom auch ansetzen. Da gibt es wieder unterschiedliche Medikamente, die das können. Also, die Aminoglycoside, Makrolide. Ich muss es euch jetzt nicht alles sagen, weil ihr könnt es ja selber lesen. Also, die hier greifen alle am Ribosom an. Dann können wir auch eingreifen in die Gyrase. Was ist diese Gyrase? Eins oder zwei oder vier? Sehr gut. Was macht die? Ja. Also, die Gyrase verhindert die Hyperspiralisierung der DNA, weil unsere Bakterien müssen ja DNA replizieren, wenn sie sich teilen wollen. Und da entstehen Spannungen auf der DNA, die entwunden werden müssen. Und dazu gibt es ein Enzym, das heißt Gyrase. Das erzeugt praktisch eine Gegenspiralisierung der DNA, damit sie geteilt werden kann. Es gibt zwei verschiedene, die durch die Fluokinolone gehemmt werden. Die Topoisamorase 2, die nennt man auch Gyrase und die Topoisamorase 4. Die werden beide dadurch gehemmt. Dann können wir auch die Folsäuresynthese beeinflussen. Das machen die Sulfonamide und das Trimetoprim. Bakterien sind nämlich auf die eigene Folsäuresynthese angewiesen. Wir sind auf die Bakterien angewiesen. Wir können nämlich nicht selber Folsäure synthetisieren. Also wir bekommen unsere Folsäure über die Nahrung, über die Bakterien, die auf unserem Essen sitzen sozusagen. Und die RNA-Polymerase, haben wir schon gesagt, das Rifampicin und das Fidaxomycin hemmen die RNA-Polymerase. Und hier, die chromosomale DNA wird geschädigt über das Metronidazol. Hier haben wir nochmal die ganzen Angriffspunkte aufgelistet. Jetzt haben wir eine wichtige Unterscheidung, nämlich zwischen bakteriostatisch und bakterizid. Was ist jetzt der Unterschied? Bei einer bakteriziden Wirkung tötet das Antibiotikum das Bakterium. Was passiert jetzt, wenn wir ein bakteriostatisches Antibiotikum nehmen? Wir hören ja irgendwann mal auf mit der Gabe des Antibiotikums. Ist der Keim dann immer noch da? Was passiert? Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber du hast komplett... Ah, top. Also das Immunsystem, wenn es gut funktioniert, wird den Keim beseitigen. Also das bakteriostatische braucht immer noch die Hilfe des Menschen selber. Das bakterizide Antibiotikum wird das alles von selber erledigen. Wir haben dann hier zwei Werte, die wichtig sind. Das ist die MHC, das ist die minimale Hemdkonzentration. Und die MBC, das ist die minimale Bakterizidekonzentration. Was jetzt wichtig ist, ist, dass die Spiegel, die wir im Blutplasma messen von einem Antibiotikum, nicht unbedingt die Spiegel sind, die am Ort, wo das Bakterium sitzt, vorhanden sind. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Medikament geben, was im Körperkreislauf eher niedergespiegel hat und renal eliminiert wird, dann kann das sein, dass das in der Harmblase durchaus hohe Spiegel erreicht und bei einer Cystitis auch eine Wirkung erzeugen wird, aber in anderen Regionen des Körpers komplett wirkungslos ist. Da wären jetzt zum Beispiel die ersten Generationen der Fluorkinolone ein Beispiel. Das Norfloxazin zum Beispiel, das Ofloxazin. Die wirken ja sehr gut gegen HWI, aber sonst sind sie eigentlich relativ wirkungslos. Und bei Bakterizide können wir dann auch unterscheiden zwischen einer zeitabhängigen und einer konzentrationsabhängigen Bakterizide. Was ist jetzt der Unterschied? Bei einer zeitabhängigen Bakterizide ist es für uns wichtig, wie lange ist das Bakterium umgeben von dieser Konzentration. Bei der konzentrationsabhängigen ist es für uns wichtig, dass eine bestimmte hohe Konzentration an einem bestimmten Zeitpunkt erreicht wird. Konzentrationsabhängig wären es zum Beispiel die Aminoglykoside. Was ist mit den Penicillinen? Sind die konzentrationsabhängig oder sind die eher zeitabhängig? Ja, zeitabhängig hat irgendjemand geflüstert. Also Penicilline sind eher zeitabhängig und die Aminoglykoside wären zum Beispiel konzentrationsabhängig. Wieso das so ist, das schauen wir uns nachher an. Und hier sehen wir noch einmal die Kurven. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Einmalgabe geben, dann haben wir eine sehr hohe Cmax. Und hier haben wir die AUC, das ist praktisch die 24 Stunden, unter 24 Stunden haben wir diese Konstitution im Körper. Hier vermeiden wir den Spitzenspiegel. Zum Beispiel kann es sein, dass bei dieser Cmax Nebenwirkungen im Körper auftreten würden. Wenn wir jetzt hier das mehrmals hintereinander geben, erreichen wir die gleiche AUC über 24 Stunden. Aber wir vermeiden, dass wir hier diesen Cmax haben. Das heißt, wir vermeiden die Nebenwirkungen beim Patienten. Ein Beispiel zum Beispiel, ein Beispiel wären zum Beispiel die Aminoglykoside. Bei denen ist es aber eher vom Vorteil, wenn wir das hier machen. Okay? Das ist jetzt verwirrend für euch. Ich weiß nicht, sorry. Wir machen das nachher noch genauer. Hier haben wir noch eine Tabelle, Bakterizid versus Bakteriostatisch. Man kann sich das nämlich ganz gut einteilen. Wie wir gesagt haben, diese Zellwandsynthese-Hämmer wirken immer Bakterizid. Das heißt, die Beta-Lactame, die Glykopeptide und das Taptomycin, die greifen alle an den äußeren Hüllen an, die wirken alle Bakterizid. Die, die an der Ribosom angreifen, wirken bis auf zwei immer bakteriostatisch. Die zwei Ausnahmen sind jetzt die Aminoglykoside, die greifen am 30S, an der 30S-Unterheit an des Ribosoms, die wirken Bakterizid. Und dieses Equinopristin, Leifopristin, das ist das Synazid, wo ich vorher schon Fäkales und Fäzium erwähnt habe. Also das wirkt gut gegen Fäzium. Das wirkt auch Bakterizid, aber nur in Kombination. Und alle anderen an der Ribosom-Ansetzung, die wirken bakteriostatisch. Also die Makrolide, das Tetrazyklin, das Klindamycin und das eigentlich eher obsolete Chloramphenicol, wirken alle bakteriostatisch. Also man kann sich das ganz gut als Gruppe merken. Die Sulfonamide und das Trimetoprim, die wirken auch bakteriostatisch. Das sind die Folsäuresynthese-Hämmer. Und die Fluokinolone, Metronidazol und Rifampicin, also die, die an der DNA bzw. RNA ansetzen, die wirken auch alle Bakterizid. Okay, jetzt kommen wir mal zu den Sulfon-Synthese-Hämmern. Und wir starten mit unseren Beta-Lactamen. Wieso heißen die jetzt Beta-Lactame? Beta-Lactame heißt es, weil sie einen Beta-Lactam-Ring haben. Okay, warum wirken die jetzt? Es ist so, dass unsere Morin-Synthase einen bestimmten Schritt in der Morin-Synthese durchführt, bei der ein D-Alanin mit einem Glycin verknüpft wird. Das sieht man hier. Also wir haben hier diese Kette, das Morin, hier haben wir das Glycin und diese zwei Stücke hier, das sind zwei D-Alanine. D-Alanin, D-Alanin. Und wir wollen jetzt dieses D-Alanin hier mit dem Glycin auf der Seite verknüpfen. Und wenn wir uns dieses Stücke hier anschauen, dann schaut dieser D-Alanyl-D-Alanin-Rest sehr ähnlich aus wie der Beta-Lactam-Ring. Wenn jetzt unser Enzym ein Beta-Lactam sieht, dann wird es denken, oh, ich habe hier ein D-Alanin. Ich werde das jetzt einfach mal verknüpfen. Aber es funktioniert nicht, weil es ist ja kein D-Alanin. Aber das Enzym weiß das nicht. Das heißt, es wird gehemmt. Hier sehen wir das Penicillin. Also das Penicillin schaut relativ ähnlich aus wie das D-Alanin. D-Alanin und der Beta-Lactam-Ring, den sieht man hier im Penicillin auch ganz gut. Deswegen heißen die alle Beta-Lactame, weil sie alle eigentlich die gleiche Wirkung haben, nämlich das, dass sie so ähnlich ausschauen wie ein D-Alanin-D-Alanin. Sie haben auch viele Gemeinsamkeiten. Sie haben nämlich alle eine relativ kurze Halberzeit von einer halben Stunde bis zu einer Stunde. Da gibt es eine Ausnahme. Wer weiß die Ausnahme? Ja. Wie viele Stunden? Ja, weiß nicht, wer es war. Es gibt noch eine zweite Ausnahme. Ja. Wie viel hat er der Benen? Ja, sehr gut. Und sie werden alle renal eliminiert. Da gibt es auch wieder eine Ausnahme. Ja, Zepteryxon. Wird nämlich hepatisch eliminiert. Also Zepteryxon kann man sich sehr gut merken, weil es zwei Ausnahmefälle hat. Lange Halberzeit und es wird hepatisch eliminiert. Und sie wirken alle Bakterizid. Alles klasse. Das Penicillin-G, das ist sozusagen unser Standardpenicillin. Das nennt man auch Benzylpenicillin und wurde entdeckt von Alexander Flemming im Jahre 1928. Der hat nämlich zufällig eine Petrischale beim offenen Fenster stehen lassen und ihm ist aufgefallen, dass seine Bakterien nicht mehr wachsen. Und dann hat er gesehen, oh, ein Pilz wächst in meiner Petrischale. Und das war das Penicillium notatum. Und so ist man dann draufgekommen, dass Penicillin eben gegen Bakterien wirkt. Das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis das dann synthetisiert wurde. Angefangen hat man mit der Synthese dann während dem Zweiten Weltkrieg. Weil da ist ein sehr großer Bedarf entstanden, weil viele Leute an Wundinfektionen erkrankt sind. Damals war es dann noch so, dass man das Substrat aus dem Pilz in so großen Mengen erzeugen musste, weil 100 Liter von diesem Substrat war notwendig, um einen Patienten für 24 Stunden zu behandeln. Und 100 Liter, müsst ihr euch denken, ist relativ viel. Das heißt, man hat, weil es ja auch Kriegssituation war, Bettpfannen verwendet und Badewanen verwendet, um diesen Pilz zu züchten. Und weil der Bedarf so groß war, hat man das Penicillin auch aus dem Urin der Patienten, die behandelt worden waren, rausgestellisiert wieder. Also der erste Patient, das war ein Polizist aus London, da hat man sein Urin dann wiederverwendet, um wieder Penicillin zu gewinnen. Wir lernen daraus, Penicillin wird zum größten Teil renal ausgeschieden, unverändert. Heutzutage geben wir kein Penicillin aus dem Urin von Patienten mehr. Gott sei Dank. Die Frage ist jetzt, gegen was wirkt unser Penicillin? Penicillin wirkt sehr gut gegen Streptokokken, deswegen geben wir es auch bei der Angina tonsillaris gerne. Und es wirkt gut im Gram-Negativ-Bereich gegen Nyseria meningitidis und Gonorrhoe. Und es wirkt auch gut gegen Spirocheten. Was macht denn Treponema pallidum? Syphilis. Also es wirkt gut gegen Syphilis. Borrelien machen die Borreliose, Leimborreliose, da kann man auch Penicillin geben. Einsatzgebiet für Penicillin G sind jetzt schwere Streptokokken-Infekte. Warum nur schwere? Weil man es nur IV geben kann. Es hat eine schlechte orale Bierverfügbarkeit, weil es beim pH des Magens nicht stabil ist. Ja, und das ist noch hier ein nettes Comic über den Polizisten, der praktisch unser Penicillin gereinigt hat durch seinen Harntrakt. Wir haben jetzt mehrere Nachteile von Penicillin G. Penicillin G ist nicht oral Bierverfügbar, das heißt, es ist nicht so praktikabel für banale Infekte. Außerdem hat es eine kurze Halberzeit von 30 Minuten, das heißt, man muss es mehrmals am Tag geben. Es wird gespalten durch die Penicillinase vom Staphylococcus aureus. Der Staphylococcus aureus produziert nämlich ein Enzym, die Penicillinase, das ist eine Beta-Lactamase, die spaltet unser Penicillin. Und weil es unser Penicillin spaltet, wirkt es nicht. Das heißt, es wäre auch gut, wenn wir ein Penicillin hätten, was gegen Staphylococcus hilft. Und es wirkt gar nicht gegen Grammnegative Stäbchen, also zum Beispiel E. coli. Und es wirkt nicht gegen Hemophilus. Also kann man es auch schlecht geben bei Sinositis. Die erste Entwicklung war jetzt das Penicillin-V. Das Penicillin-V ist deswegen eine Verbesserung, weil man es auch oral geben kann. Vom Spektrum her entspricht es ungefähr dem Penicillin-G. Also es wirkt wieder gut bei Streptokokkeninfekten. Deswegen ist es unser Mittel der Wahl bei Angina tonsillaris. Haben wir vorher schon gesagt, ist eine Leitlin, das Mittel der Wahl bei Angina tonsillaris. Und dann gibt es auch noch die Depoppenicilline. Was heißt Depoppenicillin? Das heißt, das ist gekoppelt an eine andere Substanz, in diesem Fall Benzatin oder Prokain. Prokain ist ein lokaler Anästhetikum. Und das wird intramuskulär gespritzt und bildet dort ein Depop. Das heißt, dieses Medikament wird dann über einen bestimmten Zeitraum langsam freigesetzt in den Blutkreislauf und hat dann sehr langfristige, eher niedrige Spiegel. Also es reicht natürlich nicht die Spiegel, die du bekommen würdest, wenn du IV-Penicillin-G gibst, aber es hat niedrige Spiegel über einen langen Zeitraum hinweg und das reicht für die Behandlung mancher Infekte aus. Beispiel wäre da die Syphilis. Syphilis ist relativ leicht zu behandeln in den Frühstadium. Man gibt 2,4 internationale Einheiten vom Benzatin, Prozillin und das war's. Damit hat sich die Behandlung erledigt. Das ist sehr praktisch, weil bei vielen Patienten, die du im Krankenhaus hast, bist du dir nicht ganz sicher, ob die auch wirklich die Medikamente regulär einnehmen würden. Die kann man sehr leicht mit einer intramuskulären Infektion behandeln und dann schickt man sie heim und man weiß, sie werden nicht weiter die Infektion verbreiten. Und man verwendet es als Rezidivprophylaxe für das rheumatische Fieber. Wir haben vorhin schon gesagt, rheumatisches Fieber macht oft diese Herzklagenerkrankungen und da müssen die Leute teilweise das Penicillin auch über Jahrzehnte hinweg nehmen als Prophylaxe. Die nächste Entwicklung sind dann die Staphylokokkenpenicilline. Wir haben gesagt, es gibt diese Penicillinnase, die dazu führt, dass das normale Penicillin-V und Penicillin-G bei Staphylokokken nicht wirken. Da gibt es jetzt die Staphylokokkenpenicilline. Die haben eine sperrige Seitenkette und werden deswegen vom Enzym nicht erwischt. Das sind unsere Vertreter, Oxazilin, Fluxoxazilin und Dicloxazilin und die sind eben stabil gegen die Penicillinnase vom Staphylokokkus Aureus. Die Frage ist jetzt, würden wir das jetzt geben bei einem Infekt, wo ein anderer Keim beteiligt ist? Nein. Wir geben die rein bei Staphylokokkeninfekten, weil sie gegen die anderen Bakterien weniger wirksam sind. Also die wirklich nur bei Staphylokokkeninfekten geben. Deswegen heißen sie auch Staphylokokkenpenicilline. Eine von den Nebenwirkungen ist die Hepatotoxizität. Das ist anscheinend über das Immunsystem mediiert. Das ist eine Art von allergischer Reaktion, die dann auch zu Leberschäden führen kann. Aber eine sehr seltene Nebenwirkung. Und dann haben wir hier den vorher schon erwähnten MRSA. MRSA stand ja für Methicillin-resistente Staphylokokkus Aureus. Und Methicillin ist auch ein Staphylokokkenpenicillin, was eben als Testsubstanz im Labor angewendet wird, um herauszufinden, ob unser Keim resistent oder sensitiv ist gegen diese Medikamentengruppe. Wie schaut das jetzt aus? Wieso ist der resistent? Also es ist so, dass unser Angriffspunkt ja diese Simuriin-Synthase ist. Diese Simuriin-Synthase kennen wir auch unter dem Namen Penicillin-bindendes Protein, weil Penicillin daran bindet. Das ist ein logischer Name. Dafür steht dieses PBP, Penicillin-Binding Protein. Bei MRSA ist das Penicillin-bindende Protein jetzt so verändert, dass das Penicillin nicht mehr daran binden kann. Beziehungsweise das Methicillin kann nicht mehr daran binden. Das heißt, unser Staphylococcan-Penicillin hat keine Wirkung mehr. Was können wir jetzt geben? Wir können Wankomycin geben. Wankomycin ist ein Glykopeptid, setzt dann am anderen Enzym an und der Keim ist immer noch empfindlich darauf. Weil jetzt unsere Bakterien sehr schnell Resistenzen entwickeln, gibt es mittlerweile auch schon Wankomycin-resistente Staphylococcan. Da können wir jetzt auf ein anderes Medikament ausweichen, das Linicillin zum Beispiel oder das Tigacycline, das gehört grob zu den Tetrazyclinen dazu oder das Daptomycin. Wie schaut das jetzt aus mit diesen Penicillin-Nasen und Betalactamacen? Das ist ja alles relativ komplex. Also es gibt sowohl Penicillin-Nasen, es gibt auch Betalactamacen, die nicht nur bei den Penicillinen eine Resistenz vermitteln, sondern auch gegen die Cephalosporine. Dann gibt es wieder welche, die Extended Spectrum Betalactamacen, sind. Da ist nicht nur so, dass es gegen die Betalactame, also bei Penicillinen und Cephalosporinen Resistenzen gibt, sondern auch gegen das Arztrionam, was auch zu den Betalactamen gehört. Und die einzigen Medikamente, die da noch wirken von den Betalactamen, sind die Kabapeneme. Mittlerweile gibt es auch schon Keime, die gegen alles resistent sind. Da gibt es zum Beispiel diese Neu-Delhi Betalactamase, die vor ein paar Jahren raufgekommen ist im Klebsellenstamm und die ist gegen alles resistent bei den Betalactamen. Da hilft gar nichts mehr. Die MRGM, das sind jetzt, steht für Multi-Drug-Resistant, Gramm-Negative und die sind eben gegen die Penicillin, Cephalosporine, Kampeneme und die Fluokinolone resistent. Und wie gesagt, je länger wir mit Medikamenten behandeln, desto mehr Resistenzen gibt es gegen das Medikament. Deswegen müssen wir auch ständig nach neuen Antibiotika suchen, weil die Bakterien eben sehr gut darin sind, Resistenzen zu entwickeln. Wenn wir jetzt weitergehen, wir haben gesagt, Penicillin G wurde verbessert durch Penicillin V bei Penicillin V kann man oral geben. Penicillin G wurde verbessert im Staphylococcan-Bereich durch die Staphylococcan-Penicilline, weil die sind resistent gegen die Penicillin-Nase des Staphylococcus-Aureus. Wir haben aber immer noch nicht das Problem beseitigt, dass wir die Gramm-Negative auch erwischen wollen. Und hier helfen uns die Aminopenicilline. Die Aminopenicilline sind nämlich ein bisschen hydrophiler und kommen leichter durch die Gramm-Negative Außenschicht durch. Das ist das Problem beim Penicillin G. Es kommt einfach nicht durch durch die äußere Schicht der Gramm-Negativen Bakterien. Die Aminopenicilline, die kommen durch. Da gibt es jetzt das Ampicillin, das gibt man IV und das Amoxicillin, das gibt man oral. Die wirken jetzt nicht nur gegen die Streptococcan, sondern sie wirken auch gegen Haemophilus Influenza und Moraxella Catarralis, E. coli, Proteus, Timisterien, Salmonellen und Schigellen. Wenn wir uns jetzt anschauen, dass hier gegen Haemophilus Influenza und Moraxella Catarralis eine Wirkung besteht, bei welchen Infektionen kann man das dann gut verwenden? Ja, Titismedia, Sinusitis. Wenn wir sehen, E. coli und Proteus, wo wirkt es dann? HWI. Sehr gut. Und was wir noch machen, ist, wir geben es in Kombination mit Beta-Lactamase-Inhibitoren. Wir haben gesagt, diese Beta-Lactamase sind dafür verantwortlich, dass Resistenzen entstehen. Wer produziert besonders gerne Beta-Lactamase? Gramm-Negative Bakterien. Wir haben jetzt hier einen großen Gramm-Negativen Anwendungsbereich. Das heißt, es ist jetzt von Vorteil, wenn wir eine Beta-Lactamase-Inhibitore dazugeben, weil dann erwischen wir mehr Bakterien im Gramm-Negativ-Bereich. Da gibt es jetzt das, Moment, wo haben wir sie denn? Genau, es gibt das Sulbactam und die Clavulansäure, weil das Sulbactam eben IV zu geben ist, kombinieren wir es mit Ampicillin und das Clavulansäure oral geben wir es mit dem Amoxicillin. Es gibt jetzt auch das Sultamizillin, da ist praktisch eine Bindung zwischen Ampicillin und Sulbactam, das kann man auch oral geben. Und das Backampizillin, das ist eine verästelte Form vom Ampicillin, das kann man auch oral geben. Warum würden wir das überhaupt so machen, dass wir das oral geben können, wenn wir eh das Amoxicillin haben? Es ist so, dass die Clavulansäure auch hepatotoxisch wirken kann. Deswegen ist es von Vorteil, wenn wir das Sulbactam und das Ampicillin geben. Und was wir noch haben, ist das Pitmecidinarm, das haben wir vorher schon erwähnt, beim HWI, das wirkt sehr gut eben gegen die Grammnegativen und das gibt man in den nordischen Ländern sehr gerne, also Schweden, Norwegen, bei uns mittlerweile auch. Hier sehen wir noch einmal die Beta-Lactamase, die außen herum schwirrt und hier bei den Grammnegativen im periplasmatischen Raum. muss man mal den Aufbau zu rekapitulieren. Wir haben schon gesagt, Thermophilus Influenza, Morxella werden erwischt, das heißt, es wirkt gut gegen Artenwecksinfektionen und Otitismedia und hier E.colium Proteus, das heißt, es wirkt gut gegen HWI. Was sehen wir hier? Was hatte der Patient? Ja, EBV. Also das ist so das typische Exanthem, was man bekommt, wenn man EBV hat und man nimmt dann Aminopenicillin. Deswegen vermeiden wir das. Es kommt aber allgemein, also es kommt zum Exanthem bei EBV, es kommt aber allgemein sehr oft zu Allergien beziehungsweise allergischen Hautreaktionen beim Penicillin. Das ist sozusagen von allen Antibiotikern das, was am häufigsten zu so einer Reaktion führt. Es sagen uns auch sehr viele, Moment, machen wir das. Genau. Wolltest du die Allergie zuerst machen oder sollen wir zuerst das machen? Machen wir zuerst das. Machen wir noch schnell das. Das ist die Erweiterung noch mehr im Gramm-negativen Bereich. Da ist unsere Hauptsustanz das Piparacillin. Das ist erweitert gegen nosokomiale Keime wie zum Beispiel Pseudomonas und hat auch noch eine Besonderheit. Es ist nämlich auch noch billär eliminiert. Pseudomonas war unser Problemkeim bei Patienten, die beatmet werden und die Mukoviszidose-Patienten. Da gibt man gern das Piparacillin auch in Kombination mit einem Beta-Lactamase-Inhibitor, nämlich mit dem Tazobactam. Das wird natürlich jetzt nur, weil es ein Breitsprang-Antibiotikum ist, bei schweren Infektionen angewandt als Reserve. Also das gibt man regulär nicht. Hier nochmal zur Wiederholung. Penicillin G ist unsere Leitsubstanz. Nur IV zu geben wirkt gut gegen Streptokokken. Penicillin V kann man jetzt auch oral geben, ist super bei Angina tonsillaris. Die Depopenicilline verwendet man zur Prävention des dramatischen Fiebers und bei Syphilis. Das sind die gegen Staphylococken und das Ampicillin und das Amoxicillin erweitert im Gram-negativen Bereich. Also gut gegen Atemmix-Infektionen, Otitismedia, HWI. Und dann noch unser Breitspektrum, das Piparacillin. Wir haben auch Lücken im Wirkspektrum, das sind die Klebsiellen, Enterobacter und Seratia, bei denen wirken die Penicillin nicht. Und die Nebenwirkungen, da ist immer das Wichtigste für uns die Allergie. Das ist die Frage, wenn ein Patient uns sagt, er hat eine Penicillin-Allergie, hat er wirklich eine Penicillin-Allergie? Also es gab eine Studie, bei der haben, glaube ich, 16% der Leute gesagt, ich habe eine Penicillin-Allergie. Man hat dann einen Hautprick-Test gemacht und 90% der Leute hatten keine Allergie. Das heißt, die meisten Leute, die sagen, sie haben eine Penicillin-Allergie, die denken, sie haben eine Allergie, wenn sie vielleicht Durchfall bekommen oder Kopfschmerzen bekommen. Das ist natürlich keine Allergie. Das heißt, wir müssen immer genau nachfragen, welche Symptome hatten sie, wie schnell sind die aufgetreten. Das ist nämlich auch sehr wichtig für uns zu wissen, wie schnell die Symptome auftreten. Es sind auch zwei Drittel der Reaktionen Pseudo-Allergien. Was ist der Unterschied zwischen einer Allergie und einer Pseudo-Allergie? Es ist so, bei der Allergie haben wir noch das Immunsystem zwischengeschalten. Bei der Pseudo-Allergie kommt es zu einer sofortigen Reaktion. Da wären zum Beispiel die Glykopeptide ein Beispiel. Bei den Glykopeptiden gibt es ja eine Nebenwirkung, nämlich das Red-Man-Syndrom. Beim Vancomycin, wo es zu einer massiven Histaminausschüttung kommt aus den Mastzellen. Das ist aber keine richtige Allergie, weil das Antibiotikum direkt an die Mastzellen bindet und dann zu einer Ausschüttung vom Histamin führt. Bei einer richtigen Allergie wäre zum Beispiel bei einer Typ-1-Allergie ein IgE zwischengeschalten. Also Typ-1-Allergie ist ja die Sofortreaktion. Bei einer Typ-1-Allergie kommt es zuerst zu einer Sensibilisierung. Bei dem Erstkontakt mit dem Stoff, dann wird IgE produziert und wenn ein weiterer Kontakt stattfindet, kommt es zur Histaminausschüttung. Es gibt dann noch drei weitere allergische Reaktionen. Wer weiß die drei weiteren allergischen Reaktionen, die es gibt? Nein, kein Problem. Also Typ-2 ist die Zytotoxische Reaktion. Bei der Zytotoxischen Reaktion kommt es zu einer Bindung der IgG beziehungsweise IgM an körpereigene Zellen und zur Destruktion der Zellen. Da wäre zum Beispiel ein Beispiel die hämolytische Anämie. Da binden die Antikörper an Blutzellen und es kommt zu einer Zerstörung der Blutzellen. Dann gibt es noch die Typ-3-Reaktion. Da kommt es zur Immunkomplexbildung. Also es erlangen sich Immunkomplexe ab. Sie können dann zum Beispiel zu einer Entzündung der Nieren führen, also zu einer Glomerulonephritis oder zu einer Serumkrankheit. Serumkrankheit heißt nichts anderes, als dass diese Immunkomplexe praktisch in unserem Serum herumflottieren und in verschiedenen Organen Entzündungsreaktionen auslösen. Zum Beispiel eine Arthritis, also Gelenkschmerzen oder es kommt zum Fieber oder es wird die Leber beeinträchtigt oder eben die Niere. Und Typ-4-Reaktion ist die verzögerte Reaktion. Die unterscheidet sich ein bisschen von den anderen dreien, nämlich dadurch, dass T-Zellen die vermittelnden Zellen sind und die direkt dann praktisch interagieren. Also, es ist eben ein Unterschied zwischen Allergie und Pseudoallergie. Die Allergien sind diese vier Formen. Am gefährlichsten ist die Sofortreaktion, weil die Sofortreaktion, Typ-1-Allergie, auch zu Anaphylaxis führen kann. Und die Anaphylaxis ist natürlich sehr gefürchtet, weil sie auch tödlich sein kann. Also, wenn jemand uns erzählt, ich hatte eine Allergie, ich war auf der Intensivstation, dann ist es ganz klar für uns, nein, wir geben nicht nochmal ein Penicillin, weil diese Person hat einen anaphylaktischen Schock erliegen. Also, man muss da halt sehr differenziert vorgehen. Was auch wichtig ist für uns, ist, dass Kreuzreaktionen vorliegen. Also, wenn jetzt jemand anaphylaktische Reaktionen hat auf Penicillin, dann ist in 5% der Fälle auch eine Kreuzreaktion vorhanden auf Cephalosporine. Wieso kommt es jetzt dazu, dass überhaupt eine Allergie besteht auf Penicillin? Es ist so, dass es nicht direkt eine Allergie ist auf das Penicillin, sondern eher auf seine Metaboliten. Also, die Metaboliten von Penicillin sind ein bisschen instabil, weil sie diesen Beta-Lactamring haben. Und der geht recht leicht auf und geht halt komplexer dann ein mit körpereigenen Proteinen. Und das bildet dann ein Hapteen. Hapteen ist nichts anderes als ein Stoff, der mit dem Immunsystem reagiert und dann praktisch eine Antikörperproduktion auslöst. Also, die Metaboliten von Penicillin zum Beispiel führen dazu, dass sich Hapteenen bilden, also Verbindungen zwischen dem Penicillinmetabolit und körpereigenen Proteinen. Die führen dann zu einer Antikörperproduktion und im weiteren Verlauf dann zu Allergie. Und in 5% der Fälle besteht dann eben auch eine Kreuzallergie mit den Cephalosporinen. Das heißt, wir müssen da aufpassen. Was wichtig ist, ist auch, dass es nie eine Kreuzreaktion mit Aztreonarm gibt. Mit den Carbopinemen kann es auch Kreuzreaktionen geben. Wichtigsten ist das Makulopapulöse Exanthem. Das ist die häufigste Medikamentennebenwirkung, nicht nur bei Penicillin, sondern auch bei anderen Medikamenten, also ein Exanthem der Haut. Anaphylaxie und Uticaria können natürlich auch auftreten. Das sind eben die gefährlicheren Formen. Und die Serumkrankheit und die Nephritis habe ich eh schon erwähnt. Was für andere Nebenwirkungen gibt es jetzt noch? Es kann zu Durchfall kommen. Durchfall ist unsere 0850 Nebenwirkung. Das passiert bei den meisten Antibiotika, die wir nehmen, weil sie auf den Darm wirken. Die Bakterien werden im Darm zerstört. Es kommt zu Durchfall. Im schlimmsten Fall eben zur Pseudomembranösen Enterocolitis. Oh, es ist Pausenzeit. Machen wir das noch schnell fertig und dann machen wir Pause. Es kommt auch zu Neurotoxizität. Wieso kommt es zu Neurotoxizität? Weiß das jemand? Ja, GABA A. Wirkt es agonistisch oder antagonistisch? Nein. Was sind Agonisten an GABA A? Was nehmen Leute gerne auf der Psychiatrie? Benzos. Also Benzos wirken agonistisch auf GABA. Benzos wirken auch krampflösend. Benzos sind Therapie bei einem Status Epilepticus. Was passiert hier bei der Neurotoxizität? Die Patienten krampfen. Das heißt, es wirkt als GABA A Antagonist. Deswegen dürfen wir Penicillin auch nicht direkt in das Rückenmark, also in den Nikor geben. Also intratikale Gabe von Penicillin ist kontraindiziert, weil das zu Krampfanfällen führen kann. Es kann auch zu Elektrolytverschiebungen kommen, nämlich zu Hypokalämie und es kann zu Hämostasis Störungen kommen, weil die Bakterien im Darm, die das Vitamin K produzieren, durch die späteren Generationen der Penicillin auch gehemmt werden. Und deswegen haben wir weniger Vitamin K, daher haben wir Gerinnungsstörungen. Dann gehen wir weiter zu den Zephalosporinen in 5 Minuten. Oh, Ante Zephalosporin in 5 Minuten. Oh, ich verkenne die Und dann gehen wir wieder zur Vielen Dank. 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 Besser Sehr gut. Ich wollte gerade nur schauen, dass es nicht auf der Tafel steht. Es ist eine gute Alternative zu Aminopelicillinen, ein Cephalosporin der zweiten Generation zu geben. Wirkt gegen Streptokokken, wirkt gegen Hemophilus, wirkt gegen Moraxella. Und wir haben hier noch zwei unterschiedliche, C-Foxitin und C-Fotetan. Die wirken auch gut gegen Anaerobia. Also könnte man jetzt gut auch bei Infektionen im Bauchraum verwenden. Allerdings bei Infektionen im Bauchraum ist momentan eher das Klintermilzin das Mittel der Wahl. Das wirkt nämlich auch sehr gut gegen negative Anaerobia. Aber das sind Ausweichmedikamente. Es gibt jetzt ein paar Besonderheiten der Cephalosporine der zweiten Generation. Das sind ganz so Fakten, die abgefragt werden. Es gibt nämlich drei von ihnen, die haben eine Seitenkette. Wer weiß, wie diese Seitenkette heißt? Okay, das haben jetzt ein paar gesagt. Sie heißt N-Methyl-Tiotetrazole-Seitenkette. Das heißt, das hat das Cephoperazol, Cephomandol und Cephothetan. Warum ist diese Seitenkette jetzt wichtig für uns? Was dürfen die Patienten, wenn sie das einnehmen, nicht tun? Genau. Was passiert, wenn sie Alkohol trinken? Antabussyndrom. Das nennt man auch den Disulfiram-Effekt. Das Disulfiram ist eine Substanz, die auch klinisch gegeben wird für Alkoholabhängige. Die nehmen sie regelmäßig ein, jeden Tag. Und wenn sie dann mal rückfällig werden sollten, dann wird ihnen wahnsinnig schlecht und sie übergeben sich und sie kriegen einen Kollaps. Das klingt jetzt so, als würde das heutzutage nicht mehr gemacht werden. Aber ich war letzten Sommer auf einer Psychiatrie und da gibt es wirklich Patienten, die das auch regelmäßig einnehmen, weil es für sie die einzige Möglichkeit ist, trocken zu bleiben. Also wird durchaus noch gemacht. Also wir haben hier eine Alkoholunverträglichkeit durch diese drei Cephalosporine mit der N-Methyl-Tiotetrazole-Seitenkette. Wieso wirkt das jetzt? Es hemmt die Aldehyd-Dehydrogenase. Und das führt zu einer Akkumulation. Es hemmt auch die Synthese der Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfaktoren. Das haben wir vorher schon gehört. Oh. Ja, sicher. Warte. Hm? Ja, ich weiß, ich habe es mir jetzt auch gedacht. Habe ich es aber schon, ich habe es vorher schon auch so gehabt, oder? Also probieren wir es noch. Nein. Geht so besser? Nein. So? Okay, probieren wir es mal so. Also ich darf jetzt halt meine Hand nicht bewegen. Weil es die Vitamin-K-Epoxidreduktase hemmt. Also kommt auch zu dem Abfall der Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfaktoren. C972. Das merken wir uns zur zweiten Generation. Genau. Das haben wir eh schon gesagt. Es wirkt eben gut als Alternative zu den Aminopenicillinen. weil es eben gegen Atemwegseinfekte und Otitis-Media-Keime sehr gut hilft. Hier haben wir noch einmal die Zusatzwirkungen, also die Alkoholunverträglichkeit hier bei diesen dreien und die gute Anarobier-Wirksamkeit bei diesen zwei, C-Fotetan und C-Foxitin. Wie geht es jetzt weiter in der dritten Generation? Wir haben ja schon eines von denen gehört, vorher mehrmals, nämlich das Zephtriaxon. Was ist jetzt die Verbesserung der dritten Generation? Sie wirkt noch weiter verbessert im Gran-Negativen Bereich. Also wir erwischen jetzt auch Proteols und Seratia. Also grundsätzlich kann man sagen, von der ersten bis zur dritten Generation haben wir eine Verbesserung im Gran-Negativen Bereich. Hier ist unser Zephtriaxon, die Substanz, die wir eigentlich am häufigsten verwenden. Das gibt man gerne bei Meningitis, weil es so gut ins ZNS geht. Man gibt es auch zur Meningitis-Prophylaxe. Und bei anderen schweren Infektionen und auch bei Gonorrhoe. Also irgendwie kriege ich das nicht hin, das tut mir sehr leid. Besonderheiten, haben wir gesagt, die Halbwertszeit ist sehr lang und es hat eine Biliere Clearance. Die Biliere Clearance führt dann auch dazu, dass sich so kleine Zephtriaxon-Kristalle bilden in den Gallenwegen. Das heißt, es ist eine Pseudo-Litiasis. Also es ist nicht wirklich so, als hätten die Leute Gallensteine, so wie ich das letztes Jahr gesagt habe, sondern es ist eigentlich so, dass sich Steine bilden aus Zephtriaxon-Kristallen in der Gallenblase selber und in den Gallengängen. Und man sollte es nicht zusammen mit Kalzium geben, also in einer Kalziuminfusion. Das hat nämlich bei Neugeborenen dazu geführt, dass es systemische Reaktionen gab. Also nicht mit Kalzium bei Babys. Wie schaut es jetzt aus bei vierter und fünfter Generation? Es geht jetzt nicht konsistent so weiter, dass es sich im negativen Bereich verbessert, sondern wir haben jetzt auch eine Wirksamkeit gegen Pseudomonas. Was war bei den Penicillinen Pseudomonas wirksam? Piparacillin. Womit kombinieren wir das? Tazobactam. Also Piparacillin und Tazobactam bei den Penicillinen. Und hier haben wir das Zefepim und das Zeftsacidim. Das ist wieder für unsere Problempatienten Mukoviszidose, Beatmet, nosokomiale Infektionen. In der fünften Generation haben wir jetzt Zeftopiprol und Zeftarolin. Warum sind die wichtig? Weil sie gegen MRSA wirken und gegen den Pneumococcus, der nicht mehr Penicillin-sensitive ist. Also Penicillin-non-sensitive Pneumococcus. Das gibt es mittlerweile nämlich auch schon. Wenn wir jetzt hier weitergehen, von den Cephalosporinen zu den Carbapenemen und zu den Monobactameln, dann fangen wir mal an mit den Carbapenemen. Ich probiere es nochmal. Vielleicht geht es jetzt. Okay, schauen wir mal. Also bei den Carbapenemen haben wir die vier Substanzen Dorepenem, Imipenem, Ertapenem und Meropenem. Immer noch nicht. Die gibt man alle IV. Sie sind unser Breitspektrum-Antibiotika bei der Beta-Lak-Damen. Das heißt, wir geben sie auch nur als Reservemittel. Jetzt müssen wir uns noch ein paar Zusatzfakten merken. Wir merken uns, das Imipenem ist an sich nefrotoxisch. Hilfst du mir? Soll ich es aufsetzen und probieren? Okay. Es wirkt wirklich. Sehr gut. Also das Imipenem wirkt nefrotoxisch, weil es wird am Bürstensaum über ein Enzym, die die Hydropeptidase, gespalten und aufgenommen in die Turbuluszelle und wirkt dann toxisch auf die Zelle. Was geben wir, um dem vorzubeugen? Das Zylastatin. Das Zylastatin hemmt dieses Enzym und wir haben keine nefrotoxische Wirkung mehr. Was ist noch wichtig? Wichtig ist, dass die Kaupeneme auch neurotoxisch wirken können. Das, was am wenigsten neurotoxisch wirkt, ist das Meropenem. Das Meropenem ist deswegen Mittel der Wahl bei Meningitis durch resistente Keime. Das Erdapenem, da kann man noch dazu sagen, dass es nicht Pseudomonas erfasst und dass es eine längere Halbwertszeit hat von vier Stunden. Es gibt jetzt auch noch neue Beta-Laktamase, Inhibitoren, die habe ich hier unten dazu geschrieben. Das ist das Relepaktam und das Wabobaktam und die werden jetzt hinzugegeben zu den Kaupenemen, um Keime abzudecken, die jetzt auch schon Kaupenemasen entwickelt haben. Das müsst ihr nicht können, es ist lila. Aber wenn ihr irgendjemand beeindrucken wollt von den Professoren, könnt ihr das erwähnen. Die Monopaktame haben jetzt ein eher sehr enges Wirkspektrum, die wirken nämlich gegen negative Aerobe Keime. Also sie erwischen Hämophilus und sie erwischen Pseudomonas. Sie werden IV gegeben und man gibt sie eher selten, weil sie eher teuer sind. Also wieder die Mukoviszidose-Patienten. Und Besonderheit ist, sie haben keine Kreuzallergien. Also wir haben vorhin gesagt, Penicilline haben wir oft eine Kreuzallergie mit den Cephalosporin in 5% der Fälle. Die ist Astreonarm, hat jetzt keine Kreuzallergie. Aber es hat natürlich den Nachteil, dass es gegen sehr viele Keime, die wir gerne erwischen würden, also die Gramm-Positiven, nicht wirksam ist. Das sind noch ein paar neue Sachen, die ihr auch nicht können müsst. Also das Cephidarakol ist ein Ciderophor-Cephalosporin. Das nützt aus, dass Bakterien eisenabhängig proliferieren. Und sie haben so Ciderophore an ihrer Oberfläche, die praktisch registrieren, wie viel Eisen in der Umgebung da ist. und das Eisen dann aufnehmen. Also dieses Cephalosporin täuscht dem Bakterium praktisch vor, dass es Eisen ist, wird dann vom Bakterium aufgegessen und wirkt dann auf das Bakterium. Also das ist eine neue Entwicklung. Und dann gibt es auch noch diese neue Cephalosporin-Tazobactam-Kombination. Das wirkt jetzt auch gegen diese Expanded Spectrum-Beta-Lactamase, Enterobakterien und Pseudomonas. Müsst ihr auch nicht können. Wenn wir jetzt weitergehen, wir haben jetzt die Beta-Lactam abgehackt. Noch einmal zur Wiederholung. Welche Klassen haben wir bei den Beta-Lactam? Ja. 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 Sehr gut. Jetzt gehen wir zu den Glykopeptiden. Die Glykopeptide, die hemmen jetzt auch einen Schritt der Zellwandsynthese. Hier gibt es zwei Vertreter. Das ist Vancomycin und Taichoplanin. Man kann sie beide nur IV geben. Wieso gibt man sie nur IV? Jetzt oben. Nein. Ja, sie sind so groß. Die Größe hat auch noch eine weitere Konsequenz. Welche Konsequenz hat das? Ja, genau. Und sie wirken nur gegen Gramm-Positive. Bei den Gramm-Negativen kommen sie nämlich nicht durch. Durch die äußere Schicht. Was sie machen, ist, sie binden an das D-Alanin-D-Alanin und hemmen eine Transglykulase-Reaktion. Das müsst ihr nicht genau können. Wichtig ist, sie hemmen ein anderes Enzym als die Beta-Lactame. Das heißt, wenn jetzt ein Beta-Lactam nicht wirkt, kann es durchaus sein, dass diese Medikamente wirken. Zum Beispiel bei den MRSA-Keimen, bei der Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus, ist unser Mittel der ersten Wahl, das Vancomycin. Das gibt man bei MRSA. Von der Kinetik haben wir gesagt, sie sind nicht oral bierverfügbar und sie haben, bei Vancomycin, eine Halberzeit von 6 Stunden und beim Teichopronin, erstaunlicherweise, eine Halberzeit von 30 bis 100 Stunden. Das ist deswegen so, weil es durch eine lipophilen Seitenkette an das Albumin sehr stark bindet und deswegen nicht so stark eliminiert wird, wie das Vancomycin. Eliminiert werden sie renal. Beide. Wie gesagt, die Anwendung ist MRSA und auch bei Enterococcus. Enterococcus sind ja auch gram-positive Keime und man kann sie auch oral geben bei der Trostridium bifizil-assoziierten Diarrhoe. Wieso kann man sie jetzt oral geben? Weil sie im Darm ja nicht resorbiert werden. Das heißt, sie werden sehr spezifisch auf das Clostridium bifizil im Darm wirken und den Körper wenig beeinflussen. Und das wollen wir ja in dem Fall. Von den Nebenwirkungen her merken wir uns Ototoxizität, Nephrotoxizität und das Red-Man-Syndrom. Das Red-Man-Syndrom haben wir vorher schon erwähnt. Das ist eine Pseudoallergie. Da kommt es zu einer massiven Histaminfreisetzung aus den Mastzellen und eben zu einer sehr starken Rötung des Stamms und des Gesichts und zu einem Plutokabfall. Das ist nur mit dem Vancomycin der Fall. Das Teichoplanin, das bindet ja so stark ans Albumin. Das heißt, das wird von den Mastzellen gar nicht erst gebunden und wird nicht zu einem Red-Man-Syndrom führen. Ototoxisch und Nephrotoxisch wirken sie eben auch. Deswegen muss man auch bei den Glycopyptiden die Nierenfunktion stark überprüfen. Teichoplanin wirkt weniger Nephrotoxisch und Ototoxisch als das Vancomycin. Und es hat auch den weiteren Vorteil, dass es eine sehr lange Halbzeit hat. Das heißt, man muss weniger öfter die Plasmaspiegel anschauen. Beim Vancomycin muss man am Anfang recht oft sich die Talspiegel anschauen vom Medikament, um eben festzustellen, dass man keine toxischen Dosen erreicht. Beim Teichoplanin reicht das, wenn man es einmal sich anschaut, okay, was ist jetzt mal ein Plasmaspiegel und dann passt das. Vancomycin muss man eher vorsichtig sein. Das Vancomycin ist übrigens in den USA zugelassen, das Teichoplanin nicht. Also Teichoplanin ist auch oberspezifisch. Da haben wir einen Vorteil. Wir haben eigentlich in vielen Fällen einen Vorteil. Es gibt dann auch noch neue Wirkstoffe, das sind die Lipoglykopeptide. Da gibt es das Talavanzin, das Oritavanzin und das Telavanzin. Die sind momentan zugelassen für Weichteilinfektionen und für eine nosokomiale Pneumonie. Die wirken gleich wie die Glykopeptide, also sie hemmen die Transglakulase-Reaktion und wirken Bakterizid. Und sie haben auch noch eine Zusatzwirkung, nämlich, dass sie kleine Poren machen in die innere Zellmembran. So wie das Daptomycin. Also das ist eine kombinierte Wirkung. Jetzt haben wir hier eine Frage. Wer mag mir sagen, welche Erreger primärresistent gegen alle Zellwand-Synthese Hämmer sind? Ja, Mykoplasmen. Ja. Aufzeige ist, wie gesagt, nicht so gut, weil ich sehe es nicht. Ja. Gut. Okay. Das nächste, was wir haben bei den Zellwand-Synthese-Hämmern ist das Phosphormycin. Das Phosphormycin wirkt auch als Analogon eines Stoffes, den die Bakterien gerne verwenden, nämlich das Phosphonolpyruvat. Also es schaut so ähnlich aus wie das Phosphonolpyruvat, so wie eben auch das Beta-Lactam ähnlich ausschaut wie das Dealanin-Dealanin und hier wird das Enzym auch durch ein Analogon eben gehemmt. Das ist jetzt ein anderes Enzym, nämlich eines, was einem der ersten Schritte der Morin-Synthese katalysiert. Wirkt auch Bakterizid natürlich. Wir lernen jetzt immer, dass eine Besonderheit von Phosphormycin das ist, dass es nur in Anwesenheit von Glucose-6-Phosphat wirken kann, weil es einen Transporter braucht, den Glucose-6-Phosphat-Permiase, die vom Bakterium exprimiert wird, um in das Bakterium reinzukommen. Es ist jetzt aber so, dass auch die Glycerol drei Transporter verwenden kann. Da ist man vor ein paar Jahren draufgekommen, dass auch der Glycerol-3-Phosphat-Transporter ein Kanal ist, den das Phosphormycin verwenden kann, um in ein Bakterium reinzukommen. Das ist jetzt vor allem relevant bei Pseudomonas. Pseudomonas hat nämlich keinen Glucose-6-Phosphat-Permiase, sondern ein Glycerol-3-Phosphat. Das heißt, wir können das Phosphormycin auch bei Pseudomonas-Infektionen geben. Es gab da jetzt rezent eine Studie, wo sie das verglichen haben mit Piparacillin, Dazobactam, und das war gleich effektiv. Also, es kann auch als Reserbemittel verwendet werden bei Pseudomonas-Infektionen. Das Wirkspektrum ist jetzt Staphylococcus, inkludiert auch MRSA, E. coli, Proteis und Enterococcus. Deswegen geben wir es auch sehr gerne beim HWI. Es wirkt sehr gut gegen E. coli. Da geben wir es als Einmalgabe. Es hat eine sehr gute Gewebegängigkeit. Das nützen wir aus bei Schandinfektionen. Hat eine Kollegin vorher ja gesagt, dass Schandinfektionen oft durch Staphylococcus verursacht werden. Pseudomizin wirkt da sehr gut. Wirkt auch gut bei Osteomyelitis, weil es eben sehr gut ins Gewebe geht. Man kann es sowohl IV als auch Oral geben. Oral wird kombiniert mit einem Stoff, das heißt Trometamol. Da hat es eine Oral-Ebi-Verfügbarkeit von 40%. Also es ist nicht so toll, aber reicht aus. Und wenn man es als IV-Gabe gibt, ist es kombiniert mit viel Natrium. Da müssen wir auch aufpassen, vor allem bei Patienten mit Herzinsuffizienz. Wenn die eine Natriumüberlastung bekommen, kann es auch zu Herzversagen kommen. Haben wir hier. Anwenden tut man es eben jetzt bei Staphylococcus aureus-Infektionen als Reserve, also Osteomyelitis, Abszess haben wir gesagt und Schandinfektion und beim HWI einmalig Oral. Also wie gesagt, die Beta-Lactambe haben wir jetzt durchgekauft, die Glykopeptide haben wir gehabt. Was waren die drei Nebenwirkungen der Glykopeptide? Hm? Ja. Also Redman-Syndrom ist eine Nebenwirkung von Glykopeptiden. Welche zwei anderen haben wir noch? Nephrotoxisch und ototoxisch. Also Nierenfunktion observieren. Das Phosphomycin haben wir gerade gemacht und das Letzte, was wir hier haben, ist das Staptomycin. Das Staptomycin, das greift jetzt nicht an der Zellwand an, sondern an der inneren Zellmembran. Was macht Staptomycin dort? Es macht Poren. Also es wirkt Bakterizid dadurch, dass es sich in die Zellmembran einlagert und zu einem Zusammenbruch der Elektrolyt-Gradienten führt. Das führt jetzt auch zum Tod des Bakteriums. Weil die Bakterien sind ja auch darauf angewiesen, dass sie eine bestimmte Gradienten über ihre Membran haben. Es wirkt jetzt auch nur gegen Gramm-Positiva. Das inkludiert jetzt auch MRSA und die VRE. Das steht für Mankomycin-resistente Enterokoklen. Ist also auch ein Reservemedikament. Was merken wir uns dazu? Nierenfunktion ist wichtig. Es akkumuliert bei Niereninsuffizienz. Deswegen müssen wir aufpassen bei Kombination mit NSAR zum Beispiel. Weil NSAR führen dazu, dass die GFR runtergeht. Also die glomeruläre Filtrationsrate. Und das kann zu toxischem Anstieg des Spiegels führen. Außerdem wirkt es toxisch auf Muskelzellen. Das heißt, es kann zu einer Raptomyolyse führen. Es gibt jetzt noch eine andere Medikamentenklasse, die sehr gerne zu Raptomyolyse führt. Das sind die Statine. Die werden eingesetzt zur Senkung der Blutfettwerte. Wenn man die jetzt miteinander kombinieren würde, dann kann es durchaus zu einer Raptomyolyse kommen. Worauf müssen wir denn aufpassen? Wir schauen uns die Creatinin, also die CK-Werte an, die Creatinin-Phosphoklenase-Werte. Und wir schauen uns auch die Nierenfunktion an, weil es bei Raptomyolyse auch zu einem Nierenversagen kommen kann. Es kann auch Gastrointestinalen Nebenwirkungen machen. Wichtig ist auch, es ist komplett nutzlos bei Pneumonie, weil das Suffektor, dass er die Alveolen in der Lunge offen hält, dadurch es inaktiviert. Das heißt, wir können es nicht verwenden bei Pneumonie. Das haben wir schon gesagt. Es gibt auch eine neue Substanz, das Surotomycin. Das gehört zur selben Klasse. Das wird auch bei der CDAD eingesetzt, also bei der Clostridium-Diffizelle assoziierten Diaryl. Gut, jetzt warnen wir weiter zum Ribosom. Wer kann sich noch erinnern, wie die am Ribosom Angreifenden wirken? Bakterizid oder bakteriostatisch? Also Aminoglycoside merken wir uns Bakterizid, die anderen bakteriostatisch, bis auf das Quilopristin, Dalfopristin. Aber im Großen und Ganzen wirken sie bakteriostatisch. Wie schauen jetzt unsere Ribosomen aus? Beziehungsweise die der Bakterien. Wir haben ja eine 40S und eine 60S Untereinheit, die Bakterien eine 50S und 30S Untereinheit. Und es ist ja immer vom Vorteil, wenn wir einen Angriffspunkt wählen, der beim Bakterium besteht, aber bei uns nicht, um die Nebenwirkungen zu verringern. Das heißt, das Ribosom ist ein super Angriffspunkt, weil die Bakterienribosomen einfach anders aussehen, als die der Menschen. Wenn wir hier uns das Ribosom genauer anschauen, haben wir hier unten die 30S Untereinheit und hier oben haben wir die 50S Untereinheit. Und es gibt jetzt hier drei Bindungsstellen, die E, P und die A Stelle. Und je nachdem, wo jetzt diese ganzen Antibiotika ihren Angriffspunkt haben, wird eine von diesen Stellen blockiert. Es gibt dann auch noch eine Peptidyltransferreaktion, weil wenn wir jetzt hier ein neues, eine neue tRNA andocken, dann muss ja diese Peptylkette hier, die hier schon dran hängt, von der P-Seite übertragen werden. Das ist auch ein Enzym. Das sitzt dem Ribosom drinnen und macht das. Das kann auch gehemt werden. Also nur noch mal zur Wiederholung. Die Aminoglycoside haben jetzt mehrere Substanzen hier. Das erste, was wir hatten von den Aminoglycosiden, war das Streptomycin. Das wurde ursprünglich eingesetzt zur Tuberkulose-Behandlung. Es hat aber einen Nachteil bei der Tuberkulose. Weiß irgendjemand, wenn man das verwenden kann, zur Tuberkulose-Behandlung? Wenn überhaupt. Ja. Genau. Sehr gut. Also man kann es nur verwenden bei einer offenen Tuberkulose, weil die Aminoglycoside im anaeroben Milieu nicht wirksam sind. Die wirken nur im aeroben Milieu. Und ein neues ist das Plattsummelzin. Das müsst ihr auch nicht können. Wirken jetzt an der 30S-RNA. Das merken wir uns deswegen, weil nur zwei der am Ribosom ansetzenden die 30S-RNA angreifen. Das sind die Aminoglycoside und die Tetrazykline. Alle anderen wirken an der 50S-Unterheit. Was machen die jetzt? Sie machen zwei Dinge. Zum einen hemmen sie die Translation und sie führen so ein Missreading. Was heißt dieses Missreading? Missreading heißt, dass falsche Aminosäuren eingebaut werden. Das kann dann dazu führen, dass das generierte Protein toxisch auf die Zelle wirkt. Also es kommt sowohl dazu, dass keine Proteine synthetisiert werden oder dass falsche Proteine synthetisiert werden. Die Frage ist jetzt, wie kommen die Aminoglycoside in unsere Zellen rein? Wir haben nämlich hier, wie ich ja vorher erwähnt habe, einen bestimmten Rechanismus, der davon abhängt, dass hier ein H-Plus-Gradient über der inneren Membran entsteht, weil die Bakterien die oxidative Phosphorylierung hier betreiben. Normalerweise. Also hier ist normalerweise ein sehr hoher H-Plus-Gradient und die Aminoglycoside gelangen jetzt auf zwei verschiedenen Wegen zuerst einmal durch die äußere Membran bei Gramm-negativen Keimen. Das können sie sowohl so machen, dass sie Magnesium und Calcium verdrängen, als auch dadurch, dass sie durch Purine durchruschen. Dann gelangen sie hier in dem periplasmatischen Raum. Was passiert jetzt, wenn hier ein Protonen-Gradient ist? Sie nehmen ein H-Plus aus, werden dadurch geladen, weil sie haben normalerweise eine NH-3-Gruppe, sie werden also zu NH-4-Plus und werden dann hier nach innen gerissen, über den Gradienten, der über der innere Membran entstanden ist, durch den H-Plus-Gradienten. Der ist nämlich sehr viel höher als bei normalen Zellen, minus 200 Millivolt. Das heißt, sie werden praktisch hineingesogen durch ihre Ladung. Wenn jetzt hier kein Gradient besteht, dann bleiben sie einfach im periplasmatischen Raum und kommen gar nicht erst ins Bakterium rein. Und wenn sie nicht reinkommen, können sie auch nicht wirken. Das heißt, bei Bakterien, die anaerob leben, haben wir hier keinen H-Plus-Gradienten, da wirken Aminoglycoside gar nicht erst. Wann wirken sie sonst nicht? Sie wirken auch nicht in einem sehr sauren Milieu, weil in einem sehr sauren Milieu haben wir hier draußen ja sehr viele H-Plus, um das Bakterium herum. Das heißt, sie werden schon geladen, bevor sie überhaupt hier nach innen kommen und schaffen das gar nicht in dem peripasmatischen Raum. Also es kommt darauf an, dass sie genau hier ihre Ladung bekommen durch die H-Plus und dann reingesogen werden. Im anaeroben Milieu wirkt es nicht und im sehr sauren Milieu wirken sie auch nicht. Das haben wir hier gesagt. Sie wirken also bisher gut gegen Gramm-Negative Aerobia. Keine Anaerobia. Sie inkludiert auch Pseudomonas und sie haben eine begrenzte Wirksamkeit gegen Streptokokken und Staphylocokken. Einfach, weil sie nicht so gut nach innen kommen, weil ja so eine dicke Murinschicht besteht bei den Gramm-Positiven. Sie wirken jetzt Bakterizid und hier ist das Wichtige, dass sie konzentrationsabhängig Bakterizid wirken. Wieso wirken die jetzt konzentrationsabhängig Bakterizid? Es ist so, dass das Bakterium, der nur eine bestimmte Kapazität hat, sich voll zu saugen mit Aminoglykosid. Das heißt, wenn wir das einmal in einer hohen Dosis geben, dann wird das alles in das Bakterium reingesogen und es ist voll. Wenn wir jetzt nochmal eine Dosis geben würden, würde nichts mehr aufgenommen werden. Das heißt, es ist eigentlich nutzlos, sehr oft eine hohe Dosis zu geben. Und es reicht aus, wenn wir einmal eine hohe Dosis geben, um die Wirkung zu erzielen, die wir haben wollen. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir einen postantibiotischen Effekt haben. Postantibiotische Effekt heißt was? Das heißt, wir geben das Antibiotikum, aber die Wirkung hält länger an als die Gabe. Wieso ist das jetzt so? Wenn wir uns denken, dass die eine Translationsheimung und ein Missreading verursachen, dann braucht das ja eine Weile. Die Proteinsynthese passiert ja auch nicht sofort. Das ist ein langsamerer Prozess. Das heißt, diese Wirkung hält recht lange an. Wir können daher die Aminoglykoside einmal am Tag in einer kurzen Infusion geben. Das heißt, es ist nicht nur der Vorteil, dass der Patient nicht den ganzen Tag an einer Infusion hängen muss, sondern es kommt auch zu einer Reduktion der toxischen Wirkungen. Die sind nämlich bei den Aminoglykosiden gar nicht mal so ohne. Es kommt nämlich zu einer ototoxischen Wirkung und zu einer nefrotoxischen Wirkung vor allem. Ototoxisch wirken sie deswegen, weil wir eine Endolymphe haben, die sehr kaliumhaltig ist. Das heißt, wir haben dort auch einen sehr hohen Gradienten. Wie man gesagt hat, wir haben minus 200 Millivolt hier beim Bakterium. Bei unseren Haarzeilen im Innenohr ist es minus 155. Normalerweise ist der viel niedriger bei unseren Körperzeilen, so minus 55 bis minus 100. Das heißt, diese Haarzeilen nehmen präferentiell Aminoglykosid auf. Das Aminoglykosid wirkt dann toxisch auch auf die Mitochondrien von diesen Haarzeilen und es kommt zu einem selektiven Absterben und das kann auch durchaus irreversibel sein und beim Patienten sowohl zu Hörstörungen führen als auch zu Gleichgewichtsstörungen. Also es gibt auch Unterschiede, was die einzelnen Aminoglykosid angeht. Manche führen präferentiell zu Hörstörungen, manche präferentiell eben zu Störungen des Gleichgewichtssinns. Das müsst ihr nicht wissen. Man versteht auch noch nicht genau, wieso das eine zu dem einen führt und das andere zu dem anderen. Wir merken uns nur, es kann sowohl das vestibuläre System betreffen als auch das auditorische. Dann wirken sie auch nephrotoxisch. Nephrotoxisch wirken sie deswegen, weil sie ein Substrat sind für einen Transporter, der Megaline-Cubiline-Transporter und der führt dazu, dass sie praktisch in die Tubuluszellen aufgenommen werden und auch dort mit der ribosomalen Maschinerie, der Mitochondrien und der Zelle selber interagieren und dort toxisch wirken. Also es kann sowohl zu Nephrotoxizität kommen, als auch zu Ototoxizität. Wieso verhindern wir das jetzt durch die einmalige Gabe? Beim Megaline-Cubiline ist das relativ logisch und bei den Hartzellen eigentlich auch. Wenn wir da einmal eine hohe Dosis geben, dann saugen sich die voll. Also Megaline-Cubiline- Transporter kann eine bestimmte Anzahl aufnehmen und dann muss der Transporter erst einmal recycelt werden, dass er wieder neue Stoffe aufnehmen kann. Wenn wir das jetzt über einen bestimmten Spiegel am Tag geben, dann ist der Rezeptor in der Lage, sich zu recyceln und ständig neue Aminococid in die Zelle reinzuschaufeln. Wenn wir es nur einmal geben, dann ist er gesättigt, kann eine bestimmte Menge reinholen und wir verringern die Nephrotoxizität. Was kann man noch zu Kinetik sagen? Kinetisch sind sie oral gar nicht bierverfügbar, sie werden nicht metabolisiert, sie sind kaum proteingebunden, sie werden innerhalb eliminiert und haben eine kurze Halberzeit. Kurze Halberzeit ist für uns vollkommen egal, weil wir sie ja eh nur einmal am Tag geben und wir einmal eine hohe Dosis erreichen wollen, der Rest ist uns egal. Resistenzen entstehen jetzt dadurch, dass wir hier in diesem periplasmatischen Raum modifizierende Enzyme haben. Wir können sie jetzt acetylieren, methylieren, etc. Sie modifizieren sie ganz einfach so, dass sie das Hplus nicht mehr aufnehmen können. Das heißt, sie bleiben hier stecken. Periplasmatischen Raum. Es hat jetzt ein Aminukleosid gibt es, das Amikazin, das hat die Besonderheit, dass es gegen die meisten dieser modifizierenden Enzyme resistent ist und wir es immer noch einsetzen können. Das Streptomycin hat auch noch die Besonderheit, dass es auch eine Mutation des Revosoms gibt, die zu einer Streptomycin-Resistenz führen kann. Das ist bei euch eine Frage in eurem Fragenkatalog. Hat mich auch eine Kollegin Pocher gefragt. Also, das haben wir schon gesagt, die ototoxische Wirkung, die kann man übrigens auch therapeutisch einsetzen, bei Patienten, die unter sehr starkem Schwindel leiden. Bei denen kann man selektiv durch Aminoglycoside die Hartzellen so abtöten, dass ihre Schwindelsymptomatik aufhört. Macht man aber sehr selten. Macht man aber teilweise. Habe ich auch mal im Krankenhaus gesehen. Es gibt jetzt auch einen Polymorphismus, der bei bestimmten Familien besteht, der führt dann dazu, dass diese Personen nach einmaliger Aminoglycosidgabe taub werden. Das ist nicht mal so selten. Das hat eine Prävalenz von 1 zu 500 in Europa. Also wird durchaus ein Studienkollege von euch diese Mutation haben. Also, man hat sogar empfohlen, dass man darauf testen sollte vor Aminoglycosidgabe. Das führt zur Taubheit nach einmaliger Gabe. Nephrotoxizität haben wir schon gesagt. Da kann man eben die Megalinkobelin-Rezeptoren sich merken und wir merken es auch noch, man kann auch unspezifische Marker im Harn untersuchen. Da ist zum Beispiel ein Marker für Nierenschaden ist Beta-2-Mikoglobulin. Ein anderer Marker wird Cystertin C. Das sind alles praktisch Marker, um die Nierenfunktion zu monetieren. Weil das Creatinin ist ja ein eher, naja, es ist nicht so reliable, weil es erst ab einem bestimmten GFR, also absenken, ansteigen wird. Also erst ab 50%. Davor gibt es dann immer noch die Creatinin-Sekretion im Tubulus, die praktisch maskiert, dass die GFR schon abgesunken ist. Also es ist ganz gut, wir uns auch eine andere Marker anschauen. Außerdem führen die Minoglycoside zu einer muskulären Blockade. Was heißt das? Also wir haben ja unsere muskuläre Endplatte. Da wird präsynaptisch Acetylcholin freigesetzt. Und das bindet dann an die Rezeptoren der Post-Synapse und das führt dann zur Muskelkontraktion. Es ist jetzt so, dass die Aminoglycoside sowohl mit diesen Acetylcholin-Rezeptoren interagieren, als auch mit dem Calcium-Kanälen der Präsynapse. Und in der Präsynapse haben wir ja Calcium-Einstrom, der dann zur Acetylcholin-Freisetzung führt. Das wird beides blockiert. Und es gibt jetzt auch noch eine Autoimmunerkrankung, die Myasthenia Gravis, bei der kommt es zur Bildung von Autoantikörpern gegen den Acetylcholin-Rezeptor. Wenn wir jetzt bei einer Person, die Myasthenia Gravis hat, noch ein Aminoglycoside dazugeben, dann kommt es zu einer muskulären Lähmung. Also das ist nicht gut. Deswegen kontraindiziert bei Myasthenia Gravis. Es ist außerdem kontraindiziert in der Schwangerschaft, bei schon bestehenden Innenohrschäden und bei einer Niereninsuffizienz. Was wichtig ist, ist, dass wir den Patienten sowohl die Nierenfunktion überwachen während der Therapie, als auch dass wir einen Ausgangswert haben für das Hörvermögen, also dass wir auditorische Testungen machen am Anfang und dann auch im Verlauf noch. Wir brauchen immer den Ausgangswert, um festzustellen, ob sich die Hörfunktion irgendwie vermindert hat. Anwenden tun wir die Aminoglycoside meist als Reservemittel, also nicht so der Mittlerwahl. Außer bei Endokarditis gibt man es in Kombination mit Beta-Lactamen. Bei Sepsis auch. Man kann es auch selektiv einsetzen, oral, also wir erinnern uns, IV ist es ja nicht bierverfügbar, IV ist es ja bierverfügbar, oral nicht, weil es die Keimflora im Darm reduziert. Das würden wir zum Beispiel machen bei einer hepatischen Enzephalopathie. Bei hepatischen Enzephalopathie ist das Problem ja, dass zu viel Ammoniak im Körper ist und der Ammoniak wird auch durch die Darmbakterien produziert. Das heißt, eine Möglichkeit, den Ammoniak zu senken, ist, indem wir die Darmbakterien hemmen. Da kann man das Neomycin, das Paromomycin zum Beispiel geben. Bessere Substanz ist allerdings die Lactulose. Die Lactulose ist normalerweise ein Abführmittel. Das kann man auch geben bei hepatischer Enzephalopathie, weil das führt dazu, dass es ein bisschen saurer wird im Darm und das H+, was dadurch entsteht, das bindet dann an Ammoniak, dadurch kann der Ammoniak nicht mehr resorbiert. Also es führt dazu, dass der Ammoniak geladen wird, dann wird er nicht mehr resorbiert und es kommt zu vermehrter Ausscheidung. Das verringert auch die Ammoniakspiegel im Körper. Also Lactulose ist besser als eine Neomycin. Und das Streptomycin, Kalomycin kann man auch als ausweichend Medikament geben bei Mycobakterien, also bei Tuberkulose. Das nochmal zur Erinnerung, einmalige Gabe pro Tag reduziert die Toxizität. Jetzt weiter, wir gehen von der 30S-Unterheit zur 50S-Unterheit. Das Erythromycin, hat die Kollegin schon gesagt, ist eigentlich obsolet. Andere Substanzen sind Acetor, Roxetromycin und Claritromycin. Telimutromycin ist eigentlich nicht mehr wirklich am Markt, weil es zu Leberschäden geführt hat. Wirkmechanismus ist jetzt, dass Sie an die 50S-Unterheit binden, nämlich hier zwischen der A- und der P-Stelle. Ich habe vorhin schon gesagt, dass es diese Translokation der Peptidkette gibt. Diese Translokationsreaktion wird jetzt auf das Makrolit gehemmt. Dadurch kommt es zu einem bakterio-statischen Effekt. Wie können die Bakterien jetzt Resistenzen entwickeln? Sie können diese Bindungsstelle methylieren, es kann zu einem vermehrten E-Flux kommen, es kann auch sehr selten so sein, dass die 50S-Unterheit chromosomal mutiert und es kann zur Bindung von Esterasen kommen. Die Methylierung der Bindungsstelle kann jetzt auch zu einer Kreuzresistenz führen, zwischen den Makroliden und den Klindamycin, was jetzt und den Chloramphenicol und Chloramphenicol geben wir eh nicht. Aber die Kreuzresistenz zwischen Makroliden und Klindamycin ist durchaus klinisch relevant. Wie wirken die jetzt? Also Wirkspektrum ist einmal so wie bei den Aminopenicillinen. Also sie wirken gut gegen Gramm-positive und Gramm-negative Keime. Also wir haben wieder Staphylococcus, Treptococcus und auch Listerien dieses Mal. Es wirkt gut gegen Neisseria gallerö, nicht so gut gegen Meligitidis. Es wirkt gegen Campylobacter im Juni, Helicobacter pylori. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich eh schon öfters gehört, der Helicobacter. Da gibt man sehr oft das Claretromycin in Kombi mit Metronyazol. Und es wirkt jetzt auch gegen Hemophilus und Moraxella. Und Borellien und Treponema pallidum wird auch erwischt. Wenn wir uns jetzt diese Keime anschauen, dann können wir wieder sagen, oh ja super, es wirkt gegen die Keime, die Otitis media und Sinusitis machen. Deswegen ist das auch unser Ausweichmedikament, wenn wir keine Penicilline geben können, wegen einer Allergie. Wenn wir jetzt hier weitergehen, dann wirkt es jetzt nicht nur gegen die hier, sondern es wirkt jetzt auch gegen die Zellwandlosen. Es wirkt jetzt also auch gegen die Akamylien, es wirkt gegen die Mykoplasmen, es wirkt gegen Reketzeln und Legonellen und auch gegen die Toxoplasmen. Bei der Toxoplasmose gibt man das Spiromycin. Wer erkrankt denn häufig an Toxoplasmose, beziehungsweise für wem ist das gefährlich? Ja, wir haben wieder die Schwangere. Also wenn die Schwangere Toxoplasmose bekommt, wie bekommt sie Toxoplasmose überhaupt? Katzenkot, genau. Also wenn die Toxoplasmose bekommt, dann kann es auch sein, dass das aufs Kind übertragen wird und das führt dann zu neurologischen Folgeerscheinungen des Kindes. Wer sonst noch Toxoplasmose bekommt, sind Aids-Patienten. Weil allgemein Patienten mit HIV, mit geringerer Immunfunktion, sehr anfällig sind für bestimmte Keime, die normalerweise bei uns durch das Immunsystem supprimiert werden. Weil es sind sehr viele Leute eigentlich positiv für Toxoplasmen. Sehr viele von uns sind darauf positiv, aber wir haben ein funktionierendes Immunsystem, das heißt wir kriegen keine Infektion dadurch. Also bei Flangerein würde man das Spiramizin geben. Das haben wir schon gesagt. Hemophilus influenza wird abgedeckt, Moraxella catarralis wird abgedeckt, Streptococken werden abgedeckt. Das heißt, wir verwenden es bei Atemmixinfekten. Wir können es anwenden bei der legionellen Pneumonie und der atypischen Pneumonie. Atypische Pneumonie wird ja durch Mycoplasma oft ausgelöst. Wir können es bei Helicobacter Pylori anwenden, also eben in Kombi mit Metronidazol, das Claritomycin, oder in Kombination mit Amoxicillin, plus natürlich PPIs dazu. Und wir verwenden es zur Toxoplasmose Behandlung in der Schwangerschaft. Und bei Geschlechtskundheiten kann man es auch verwenden. Wir haben ja gesagt, dass Acetomycin als Einmalgabe ist ja dort Mittel der Wahl. Von der Kinetik her ist, was für uns wichtig ist, dass die hepatisch metabolisiert werden. Das hatten wir bis jetzt ja noch nicht, hepatische Metabolisierung. Bis jetzt war das meiste renal, abgesehen von Z-Triaxon. Hier haben wir eine hepatische Metabolisierung. Was ist jetzt die Folge davon? Die Folge davon ist, dass wir uns Zypinteraktionen merken sollten und dass es auch unspezifisch zu einem Transaminasenanstieg kommen kann. Ein Transaminasenanstieg an sich ist noch nicht gefährlich, das heißt ganz einfach, dass die Leber zu arbeiten hat. Wenn irgendwas hepatisch metabolisiert wird, kommt es sehr oft zum Transaminasenanstieg. Muss uns grundsätzlich noch keine Sorgen machen. Was wir uns von der Pharmakokinetik merken sollten, ist, dass das Acetomycin ein ziemlicher Hammer ist. Es hat nämlich ein sehr hohes Verteilungsvolumen, 40 Liter pro Kilogramm und es hat eine sehr lange Halbzeitzeit. Deswegen können wir es auch einmal geben. Von den anderen muss man sich jetzt die Pharmakokinetik nicht so genau merken. Das Erythromycin, da merken wir uns ganz einfach, dass das Oral nicht sehr gut bierverfügbar ist. Deswegen verwenden wir es auch heutzutage nicht mehr wirklich. Die anderen sind Oral viel besser bierverfügbar. Also, wenn etwas hepatisch metabolisiert wird, muss das noch nicht heißen, dass es bilär eliminiert wird. Nein, das ist eh gut, das ist eh eine gute Frage. Also eine hepatische Metabolisierung heißt noch nicht, dass es bilär eliminiert wird. Weil hepatische Metabolisierung kann auch dazu führen, dass du einen Metabolit hast, der dann ins Blut abgegeben wird und dann renal ausgeschieden wird. Also das wird hepatisch metabolisiert, aber sie werden auch renal eliminiert. Schon, weil du hepatisch eliminieren kannst. Achso, das meinst du eliminiert? Würde ich sagen, nein. Weil es kommt ja nicht anders in den Stuhl als bilär. Also wenn es hepatisch eliminiert wird, dann muss es ja eigentlich bilär ausgeschieden werden. Aber hepatische Metabolisierung heißt doch nicht hepatische Eliminierung. Macht das Sinn? Ja. Okay. War die Frage für die anderen auch ersichtlich? Und ja, okay. Also sie werden hepatisch metabolisiert. Sie werden auch zum Teil renal ausgeschieden. Also von den Nebenwirkungen her ist es so, dass wir uns die Motilin-Agonismus merken sollten. Das betrifft vor allem das Erythromycin. Also wie gesagt, Erythromycin ist ja bei der antivirusischen Behandlung mittlerweile ziemlich obsolet, weil es schlechte Bierverfügbarkeit hat. Es wird aber auf die Chirurgie teilweise eingesetzt, bei einer Gastroparese. Also wenn der Darm von den Bewegungen her nicht mehr wirklich mitspielt, dann nimmt man manchmal das Erythromycin, weil es ein Motilin-Agonist ist, und die Darmmotilität anregt. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Substanz, weil sie auch noch antibiotisch wirkt und Resistenzbildung hervorrufen würde. Wird aber verwendet. Was sonst noch wichtig ist für uns, ist, dass die Substanzen eine QT-Verlängerung machen. Wozu führt jetzt eine QT-Verlängerung im schlimmsten Fall? Oh, das ist ja schon neun. Okay. Machen wir das noch fertig, die Makrolide, und dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Ja. Also, QT-Verlängerung führt zu welcher Arrhythmie? Du darfst nicht sagen, du darfst nur Anatomie lernen. Trossate Point. Genau. Also es führt zu einer ventrikulären Tachycardie, die nennt man Trossate Point. Es ist jetzt so, dass sehr viele Medikamente zu einer QT-Verlängerung führen können. Unter anderem ist für uns da wichtig die Klasse der Antidepressiva. Wir lernen im Studium meistens nicht so genau die Antidepressiva, weil der Antidepressiva-Block wird nicht mehr von den Pharmakologen gemacht, sondern von den Klinikern. Aber wir merken uns, Antidepressiva, sollte man auf jeden Fall schauen, wenn wir ein Makrolid geben. Da gehören jetzt zum Beispiel die Serotonin-Aufnahmehemmer dazu, also Sertralin, und die Trizyklika. Und außerdem Neuroleptika, wie zum Beispiel Haloperidol, führen auch zu einer QT-Verlängerung. Bei diesen Medikamenten müssen wir auf die Interaktion achten. Unspezifische Nebenwirkungen sind Kopfe und Schwindel, kann auch zu Sehstörungen kommen durch Gryptromycin. Transaminasenanstieg haben wir schon gesagt. Das Teletromycin ist vom Markt genommen worden wegen starker Lebertoxizität. Es hat eine antikulinerische Wirkkomponente und man hat dann gesagt, es wirkt deswegen lebertoxisch, weil es mit dem Nervus vagus interagiert und der Nervus vagus interagiert mit der Leber und das führt dann zu Lebertoxizität. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Es gibt jetzt eine neue Substanz, das Solitromycin. Das ist eine verbesserte Sertromycin, wirkt nicht mehr lebertoxisch, hat ein breiteres Wirkspektrum. Und die Interaktion, die wir uns auf jeden Fall merken sollten, ist die Zyp3A4-Inhibition durch Erythromycin und Claritromycin. Das ist jetzt die erste Zypeninteraktion des Abends. Die müssen wir uns einbläuen. Das ist das, was wir am Ende vom Studium noch alle wissen werden vom Hammerblock. Zyp3A4-Inhibitoren sind Erythromycin und Claritromycin. Genau, das merken wir uns. Wir merken uns Makrolide, die Zyp-Hemmung und wir verwenden es als Penicillin-Alternative. Und damit wünsche ich euch einen sehr schönen Abend und die Frage kann man morgen machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020